Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Ausgabe 206, heute mit Sven Möller, moin moin, Sophie Böhmer, hallo, und mir Sebastian Schalk, guten Tag. Ich pünktlich zum Wochenende mache ich so ein Erkältungsthema, von daher, wenn es heute merkwürdig klingt, dann liegt das nicht an euren Kopfhörern oder irgendwie sowas, oder daran, dass wir audiotechnische Mucks gebaut haben, sondern an meiner eigenen Nase. Also, das geht momentan auch ganz gut, weil ich die frisch mit Nasenspray versorgt habe, das wird im Laufe der Sendung degradieren, glaube ich. Zur Not einmal kurz nachpumpen. Naja, irgendwie so. Ich habe ein Follow-up zu liefern, zu dieser HomePod-Geschichte mit der Telekom. Sie lässt uns einfach nicht los, ja. Ja, ihr erinnert euch, die Story war so, wir haben das erst empfohlen, als Telekom-Magenta-Kundinnen können in der Telekom-Magenta-App an gewissen Tagen, an drei Tagen der vergangenen Woche HomePods für günstig Geld kaufen. HomePod Mini für 69, statt Listenpreis 109 Euro. Vergangenen Episode leicht zurückgerudert, weil der ganze Bestellprozess eine Katastrophe war und Sven mit Glück und mehr Glück als verstanden am Ende der HomePod ergattern konnte. Ich nicht. Und die Sendung war kaum zu Ende, da bekam ich ja eine Mail von der Telekom, in der sinngemäß drin stand, hey, übrigens Menschen, die es geschafft haben, sich so einen Bestellcode in dem ganzen Prozess mal rauszulassen, haben noch ein paar Tage Zeit, nach Ablauf des eigentlichen Zeitraums, so einen HomePod zu dem ursprünglichen Preis von 69 Euro zu bestellen. Und dann, ich war ja nun hinterher angefressen in der letzten Sendung schon, fand das alles scheiße und wollte das auch alles nicht mehr, aber als er in diese Mail kam, habe ich dann doch einen gekauft, weil ich schon auch irgendwie... Ja, das HomePod ist ja auch gut, kann man ja nicht meckern. Ja, weil ich schon auch einen gebrauchen kann und fand es dann irgendwie doof aus falschem Stolz heraus, den das nicht für günstig Geld zu kaufen, sondern für einen doppelten Preis gefühlt, den bei Apple zu bestellen oder so. Habe einen bestellt und das habe ich an Ostern gemacht und der ist auch tatsächlich Mittwoch schon gekommen, also innerhalb von zwei Werktagen quasi. Und ich musste den gleichen Stand machen wie du, Sven. Ja, das haben wir privat besprochen. Du hattest ja HomePod-Probleme. Ja. Und deswegen wusste ich, dass man den ja tatsächlich an den Mac anschließen kann. Wobei ich meine, das hat mir das Telefon auch gesagt, weil hier die Infrastruktur ja schon auf dem aktuellen Stand ist und der HomePod halt noch auf 14.5 lief oder was auch immer. Das heißt, er konnte sich zwar irgendwie aktualisieren, aber kam dann nicht ins Haus rein. Dafür, da war ich dann nicht so überrascht, dass es hieß ja, hier, schließ den doch mal an deinen Mac an. Und dann dachte ich, huch, ach ja, da Herr Schack hat was erzählt, habe ich dann flugs gemacht und einmal zurückgesetzt und dann hat er sich auf die neueste Version quasi geupdatet. Muchtest du also auch mal, ne? Ja, und als du mir das sagtest, dachte ich, naja, da hat er sich versprochen, frage ich mal nicht weiter nach. Aber als ich meine auspackte, der kam tatsächlich auf, naja, also wirklich auf Version 14.5. Das ist also, das ist das iOS, was irgendwie dann 2020, 2021, 14.5 müsste es 21 gewesen sein. Hatten sie noch ein paar Restbestände, die mussten jetzt weg. Genau, 22 kam 16 raus, 21 kam 15 raus, 20 kam 14 raus und da wird 14.5 irgendwie in 21 gewesen sein. Keine Ahnung, wo sie die gefunden haben. Ja, wir können ja schon mal warnen, ich habe gerade reingeguckt in der Magenta, die wollen dann auch aufhören mit dieser Magenta-App, also es ist auch wirklich keine Empfehlung. Da wird nämlich schon wieder angekündigt, dass man Apple-TVs kaufen kann, wo aber ja Herr Molz trefflich bemerkte, dass da ja diese Quatsch-Fernbedienung bei ist. Also gar nicht die Original-Apple, sondern irgendwas von der Telekom oder so. Und das ist auch nicht unbedingt das allerneueste Modell. Also das ist, glaube ich, nicht so das gute Angebot. Damit kann man mit so einer alten HomePod-Software, kann man eher leben. Ja, 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 genau. Und garantietechnisch ist das ja auch egal. Also gilt ja ab Tag des Kaufs dann. Da kann der Kunde ja, ich als Kunde ja nichts dafür, dass das ein altes Gerät ist. Also funktionstechnisch altes. In dem Zusammenhang, es kommt alles zusammen, ich erzähle es kurz noch. Weil, warum auch immer, also ich weiß jetzt warum oder ich habe eine Vermutung, aber ich habe diesen HomePod in dieses Netzwerk gebracht und irgendwie abends waren hier alle Geräte irgendwie offline. Aha. Das, was du ja auch hattest. War irgendwie hier 20 Geräte nicht erreichbar. Was ist da los? Es waren vielleicht auch ein paar weniger, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich dann hier schon eine Krawatte gehabt und dachte, oh Mann, dann mache ich das mit diesem HomePod nochmal, setze ihn nochmal zurück. Habe hier natürlich auch Geräte neu gestartet, was man halt so macht. Deinen Trick mit dem Sicherungskasten habe ich noch nicht angewandt. Ich habe auch noch keinen großen roten Notausschalter hier fürs Haus. Habe das dann händisch gemacht und einige ließen sich dann wieder aktivieren, andere nicht. Und bei einem stellte ich fest, huch, in diesem Zimmer ist überhaupt gar kein WLAN mehr. Was ist denn da los? Es stellt sich raus, dass wohl das Kabel aus der Fritzbox, die hier quasi eine Etage mit WLAN versorgt, rausgerutscht war. Also es lag nicht am HomePod. Das ist auch ein anderes Netzwerkproblem. Was für ein Glück, dass wir in der kommenden Ausgabe so ein Special darüber haben. Es gibt keine Zufälle. Kann man machen. Dann habe ich noch einen kurzen Werbeblock hier. Und zwar, ich war gestern in der Apotheke, um mich zu versorgen mit Dingen, damit man besser sprechen kann. Also gestern hatte ich Hals, heute habe ich Nase, das wechselt sich so ab. Und ich habe früher schon immer Ipalat gekauft, weil das irgendwie rein pflanzlich ist und so ein bisschen beruhigend ist. Das kaufen auch, also ich weiß auch von vielen Sängerinnen, die das benutzen an Tagen, wo die Stimme sehr strapaziert ist und sowas. Und das gab es früher immer in der Version Eklig und in der Version Eklig ohne Zucker. Also ich fand die nie lecker. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, Primwurzelextrakt oder irgendwie sowas. Und war in der Apotheke... Und was ist das Tabletten oder... Ja, das sind Lutschpastillen. Hm, okay. Und war gestern in der Apotheke und sah, es gibt jetzt Ipalat in der Flavor Edition. Und ich würde sagen, so acht, neun verschiedene Geschmacksrichtungen in lustigen, bunten Pappdosen. Ich habe mich für Orange-Sanddorn entschieden. Sanddorn. Das auch, damit man sich kein anderes Obst irgendwie schlecht macht, ne? Nimmt man irgendwas, was man sonst nie isst. Ich fand Sanddorn immer ganz lecker eigentlich. Also in so Hustenmedikamenten oder das Tee und sowas. Das Doofe ist natürlich, die funktionieren auch gut. Und ich finde die auch jetzt ganz schmackhaft. Dafür, dass das letztlich ja irgendwie, ja nicht Medizin, aber ein Arzneimittel ist. Problem ist, die Flavor Edition gibt es nicht in Zucker frei. Und da ist gar nicht so wenig Zucker drin. Also dafür von 100 Gramm, ich meine, man frisst ja auch nicht so viel davon am Tag, ne? Aber von 100 Gramm sind hier 15 Gramm Zucker. Ja, irgendwie muss ja der Geschmack da reinkommen, ne? Offensichtlich, ja. Also beim nächsten Mal kauf ich mir doch wieder die Effektivität sogar frei. Aber dafür ekligeren. Naja, das war mein kleiner Hörbe-Block. Wo warst du jetzt die Zeit über, Sophie? Ich war letzte Woche im Urlaub. Und musste mir da wegen des Reiseziels ein paar Apps runterladen, um mich besser zurechtzufinden. Und damit du im Podcast was zu erzählen hast. Genau, nur deswegen eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Ich war in Kopenhagen. Und ich weiß nicht, das kennt man bestimmt auch aus anderen Städten. Und man kann sich dann ja für bestimmte Attraktionen oder so auch gerne mal Apps runterladen, damit man da irgendwie Infos drüber bekommt oder sich besser zurechtfinden kann und so weiter. Und ich war mit meinen Freunden, mit denen ich unterwegs war, im Tivoli. Das ist ein innerstädtischer Freizeitpark. Also der ist quasi direkt am Bahnhof. Ich glaube nicht mal 20 Meter davon entfernt. Gegenüber quasi, ja. Genau, gegenüber, genau. Und der ist echt cool. Also kann ich nur empfehlen als Ziel. Die App aber nicht von diesem Park. Die ist, also abgesehen davon, dass sie sowieso ständig abgestürzt ist, was vielleicht noch okay ist bei solchen, also das passiert mir zumindest häufiger bei solchen Apps, die jetzt nicht so super stark frequentiert werden. Also war die aber auch einfach sehr schlecht aufgebaut. Und ich frage mich dann immer so, warum macht man, warum macht man solche Apps? Also keine Ahnung, dafür gibt es dann vielleicht keine, keine, keine Karten, so Flyer-Karten, damit man sich im Park zurechtfindet, was ja okay ist, wenn dann nicht so viel Papier überall rumfliegt davon. Aber es war halt extrem schwierig, Attraktionen zu finden über diese App. Wofür ist die denn eigentlich, also kauft man darüber Tickets oder ist das die Karte oder? Alles, also genau, wenn du, wenn du irgendwie ein digitales Ticket dir holen willst, dann musst du das über die App machen, was wir gemacht haben. Kannst nur über Kreditkarte bezahlen. Und ja, ich glaube genau, das Ticket kriegt man darüber und da kann man von Achterbahnen oder so, wenn da Fotos gemacht werden, kann man darüber, über die App ein QR-Code einscannen und dann kriegt man die Bilder in die App. Dann muss man sie nochmal extra bezahlen, aber das ist was anderes. Man kann darauf eben, man hat darauf die Karte von dem Freizeitpark und wo grundsätzlich erstmal alle Attraktionen irgendwie markiert sind. Also von, also vor allem die Fahrgeschäfte und so Aquarium, aber so Essensorte zum Beispiel nicht, auch ein Problem. Ja, und wenn man dann zum Beispiel eine bestimmte Attraktion besuchen möchte, weil zum Beispiel einem das jemand empfohlen hat, eine, eine bestimmte, ein bestimmtes Fahrgeschäft, sagen wir das Riesenrad. Dann kann man nicht in der App sagen, so gib mir, so in der Suchleiste eingeben, Riesenrad oder was auch immer und dann zeigt es einem das auf der Karte an oder navigiert einen oder so, sondern nö, gibt's einfach nicht. Du musst dann aus der Liste der, weiß ich nicht, 30 Geschäfte, Fahrgeschäfte oder was, erstmal dieses Riesenrad finden, damit es dir dann auf der Karte angezeigt wird. Und dann musst du hoffen, dass dein Standort auch nochmal richtig angezeigt wird auf der Karte. Und die Aktualisierung von deinem Standort ist so langsam, dass wenn du halt irgendwie losgehst, dann musst du erstmal, weiß ich nicht, stehenbleiben und ein paar Minuten warten, bis es dann wieder aktualisiert ist. Ja, problematisch auf jeden Fall. War es sehr voll oder ging's? Es ging, also zum Nachmittag hin wurde es voller auf jeden Fall. Wir waren aber unter der Woche, ich glaube, deswegen war es sehr okay. Also gab kein Gedringe, die Schlangen waren halbwegs kurz und ging sowieso recht schnell immer. Aber ja, also ich verstehe das nicht, warum man solche Apps macht, vor allem die Freunde, mit denen ich unterwegs war, die waren irgendwie am Wochenende vorher noch im Phantasialand gewesen. Einem Freizeitpark in Deutschland. Und die hatte eine wesentlich bessere App. Da konnte man das nämlich genau machen. Da konnte man bestimmte Attraktionen irgendwie raussuchen und sich dahin navigieren lassen und so. Und auch irgendwie weitere Informationen über bestimmte Sachen bekommen. Und das fehlt jetzt in der App alles. Also fand ich irgendwie ein bisschen schade. Ja, da kann man viel kaputt machen. Ich erinnere mich auch irgendwie, also ich war früher mal auf dem Roskilde Festival. Das hatte damals schon eine super App, wo du echt überrascht warst, wo du die einfach so, konntest du deine Acts, die du so gucken wolltest, einfach anklicken. Und dann hast du da, die sind dann automatisch in so einem Kalender. Und dann hattest du so deinen eigenen Schedule. Das ist wahnsinnig praktisch. Andere Festivals so einfach nö, machen wir nicht. So, du hast hier ein Timetable, kannst dir selber anstreichen und musst dir selber gucken, wie du klarkommst. Ja, das ist echt schade. Und gerade bei sowas kann das ja viel helfen. Ja, also ich finde es vor allem schade, wenn es halt schlecht gemacht wird. Dann ist es mir lieber, also dann ist es mir lieber, gar nichts zu haben und dann nur so eine, keine Ahnung, einfach eine eigene Karte zu haben und mich selbst zu navigieren, als mich über die App zu ärgern. So, weil man dann so merkt, was alles möglich wäre, wenn sie es nur besser gemacht hätten. Und was mir gerade noch einfällt, noch eine andere App, die ich mir runterladen musste, um in Kopenhagen zurechtzufinden, nämlich eine App für ein Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel. Diese App hat mir gezeigt, wie praktisch die Bahn-App eigentlich ist hier in Deutschland. What? Ich bin ja eh großer Fan von der Bahn-App. Die hat so ihre Probleme. Ich gestehe ihr das zu. Größtes Problem ist, dass man sie nicht unter Bahn findet. Also ich starte meine Apps ja durch die Suche und man muss DB eingeben. Ah ja, auch den Navigator, ne? Die heißt ja sehr spezifisch, ja. Ich habe gemerkt, wie sehr man die zu schätzen weiß oder zu schätzen wissen lernen kann, was auch immer. Denn in der Bahn-App kann man ja wirklich in jedem, in jeder Stadt, in jedem Bundesland einfach, da kriegt man alle Busse angezeigt. Also hoffentlich, manchmal werden manche vergessen, aber in der Regel wird alles angezeigt. Und du kannst dich einfach darüber navigieren, darüber auch direkt Tickets kaufen für die Fahrt, die du irgendwie haben willst. Während du in Kopenhagen, also natürlich kann es sein, dass ich ein bisschen uninformiert bin, aber die einzige App, die ich dort finden konnte, die hieß Dot. Und darüber konnte man ausschließlich Tickets kaufen oder ein Ticket quasi. Entweder halt für Einzelfahrten, Tageskarte etc. pp. Aber darüber konnte man nicht einfach Fahrten suchen, mit denen man halt dann fahren wollte. Also man konnte damit nicht navigieren. Das heißt, ich musste dann, ich glaube, wir sind dann auf Google Maps umgestiegen, weil das hat ja dann, also weil die Gruppe, mit der ich unterwegs war, ist eher so Google-zentriert. Die benutzen alle Google-Dienste. Und darüber mussten wir uns dann navigieren. Das hat halbwegs okay funktioniert, ist aber natürlich irgendwie netter, wenn man so eine App hat, die nur darauf ausgelegt ist und nicht noch irgendwie tausend andere Funktionen hat, weil dann geht auch schon mal was verschütt. Und ja, das hat mir gezeigt, wie praktisch die Bahn-App ist und wie freundlich die auch für Ausländer im Zweifel ist, weil die ja auch, oder die hat doch bestimmt auch irgendwie zumindest Englisch als Sprachausgabe. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe ja wenig Berührungspunkte. Ab und zu fahre ich mal hier mit der Bahn und dann bin ich jedes Mal wieder erschlagen, spätestens wenn es um die Ticketauswahl geht. Weil du sagst, ich will von hier nach da und dann kommst du auf die Ticketauswahl und dann kriegst du eine Liste, die ist ungefähr Kilometer lang. Und ganz unten steht übrigens, also am günstigsten ist es eigentlich, wenn du das Wochenend-Ticket nimmst. Ah, okay, danke, dann mach ich doch einfach das. Ja, das ist ein Problem. Also ich meine, das ist halt, aber das liegt ja dann an der Ticket-Politik, in Anführungszeichen, der jeweiligen öffentlichen Verkehrsmittel. In Kopenhagen, ja, kriegst du halt ein Ticket für unterschiedliche, wie heißt das, Bereiche oder Zonen und dann kannst du da halt überall drin fahren. Ich weiß halt auch nicht, wie es dann in ganz Kopenhagen wäre, wenn ich jetzt durch ganz Kopenhagen, äh, durch ganz Dänemark fahren wollen würde. Ob es dann auch so einfach wäre, dass ich dann einfach so ein ganz Dänemark-Ticket kaufen kann oder ob ich dann auch eine ewig lange Liste kriege und hoffen muss, dass ich vielleicht irgendwann die richtige finde. Wenn es überhaupt so eine App gibt, muss man ja auch dazu sagen. Von daher, ja, Bahn-App ist gar nicht so schlecht. Die hat ihre kleinen Fehler, aber ich bin großer Fan, noch mehr, seit ich in Kopenhagen war. Die App gehört, es wird gerade noch ein bisschen komplizierter, dank des 49-Euro-Tickets, ne? Das scheint ja auch alles nicht so einfach zu sein. Inwiefern? Naja, in Bundesländern, in allen Bundesländern irgendwie unterschiedlich ist und unterschiedlich kostet und unterschiedliche Voraussetzungen hat und es ist wohl alles, also das 9-Euro-Ticket war super irgendwie und jetzt, das, was jetzt passiert ist, scheint wieder ein bisschen komplizierter zu sein. Das einzige Problem, was ich mitbekommen hatte zu dem 49-Euro-Ticket, ist diese Geschichte mit Regionalzüge von DB Fernverkehr, sind nicht gültig, aber das war auch ein Problem beim 9-Euro-Ticket. Also das war da nicht ausgenommen von. Was ich jetzt so gesehen habe, ist, dass es bundeslandabhängig ist, was mitgenommen werden darf. Also bei einigen, in einigen Bundesländern kannst du zum Beispiel ein Fahrrad mitnehmen oder einen Hund in deinem 49-Euro-Ticket, in anderen Bundesländern nicht. Da musst du an der innerdeutschen Landesgrenze nochmal nachlösen für deinen Dackel. Genau. Das ist auch eine Option. Die Züge sind häufig lahm genug, wenn sie an ihm herlaufen. Ab jetzt läufst du. Wird aufs Dach gepackt. ECE geht er eh nicht. Der Dackelexpress. Sehr schön. Habt ihr gesehen, dass es eine neue DB-App gibt? Also parallel zu der Bestehenden? Es gibt einen Next-DB-Navigator, was irgendwie der neue App wird, wahrscheinlich. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Sieht so ein bisschen moderner aus. Ob die was kann, weiß ich nicht, finde ich unter Umständen Montag heraus. Ich laute mir die auch mal runter. Ich benutze die ja sowieso fast jeden Tag, wenn ich irgendwie unterwegs bin. Damit navigiere ich jegliche Reise. Also so kurz sie auch sein mag, wenn ich öffentliche Verkehrsmittel benutze. Die heißt einfach Next oder was? Die heißt einfach Next-DB-Navigator. Ah, nicht Next. Ja, alles egal. Nicht zu wechseln mit der Next-Bike-App. Ich habe gerade lustig, wir sind hier gerade am Plan, so eine Wanderung, wo wir quasi von einem Dorf zum nächsten laufen, um dann zu gucken, wie wir zurückkommen. Und was lustig ist, mit dem Fahrrad würde man eine halbe Stunde fahren. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist man mindestens anderthalb, wenn nicht zwei Stunden unterwegs und fährt über Gettdorf oder so. Wow. Das liegt fast nebeneinander, aber wir machen mal einen kleinen Umweg. Scheiße. Und das Großraumtaxi. Ja, darauf wird es dann auslaufen. In unseren Freizeitparks, ich bin ja übernächste Woche im Urlaub und heute in 14 Tagen quasi werde ich schon im Legoland in Dänemark gewesen sein mit Alibi-Kindern. Oh, da will ich auch hin. Vielleicht kann ich da was dann berichten, ob es da eine App gibt und wenn ja, wie die so funktioniert. Also Lego hat zumindest ein paar gute, funktionierende Apps. Das kann ich berichten. Wir haben ja zum Beispiel, es gibt ja die Bau-App, also Lego Bild heißt die, wo du Zugriff auf, ich glaube, alle Bauanleitungen findest. Okay. Die ist gut, also die kannst du parallel nutzen, dann kannst du auch so all deine Sets, die du so hast, kannst du dir einspeichern und dann immer wieder rausholen, weil das eine Kind ja häufiger mal seine Sets auseinanderbaut und dann wieder zusammenbauen will und dann, bis ich da irgendwie das richtige Papierding gefunden habe, bin ich mit der App schneller. Und die hat zum Teil so eine, also die neueren Modelle haben so eine 3D-Ansicht, die bei vielen Bereichen noch ein bisschen deutlicher macht, was genau jetzt zu tun ist. Hm. Die ist ganz gut. Und so eine digitale Katalog-App haben die auch. Also es gibt ja eine Katalog-App, ich glaube monatlich, wahnsinnigerweise, weil die ja monatlich irgendwelche neuen Sets rausbringen. Und neuere Sachen sind dann auch eben mit so einer Augmented Reality-App, kannst du dir dann angucken, wie denn das neueste Spider-Man-Set über deinen Tisch fährt und so. Das machen die schon gut. Ich hoffe, dass sie das im Legoland auch so umgesetzt kriegen. Ich kann es mir vorstellen, also ich glaube schon alle einfach deswegen, weil Legoland ja auch, also gibt es ja mehrere von. Und dann kann ich mir vorstellen, dass da auch ein Kurskurs-Team irgendwie hinter steckt, dass er sich da drum kümmert. Und wer weiß, was für eine arme Sau diese Tivoli-App da zusammenschmeißen musste. Also weiß man ja nicht. Ich habe jetzt auch mal, weil ich noch nicht warten konnte. Ich habe ein Parallel-Legoland-Dänemark, Legoland-Billund-Ressort-App runtergeladen. Was die auf jeden Fall schon mal drin haben, sind die ganzen Attraktivitäten, was ist das? Attraktion? Ja, Fisch-Attraktion-Fahrgeschäfte. Und du kannst dir Wartezeiten anzeigen lassen, also live Wartezeiten. Ja, das ist auch nett. Das hatte die auch nicht beim Tivoli. Und die werden, wenn ich jetzt richtig interpretiere, automatisch sortiert von kürzester nach längster Wartezeit. Ja, das ist geil. Also jetzt live könntest du zum Beispiel in die Drachenbahn mit 0 Minuten Wartezeit. Aber wenn du einen Flying Eagle möchtest, dann kannst du schon Zeit mitbringen. Und du musst mindestens einen Meter groß sein. Beziehungsweise 1,2 Meter ohne Erwachsenen. Ich meine, das ist ja auch schon, das ist auch eine wichtige Information. Tatsächlich. Das ist ja auch scheiße, wenn du dich dann anstellst und dann vorne festgestellt wird, ey, du bist leider zu klein, du musst jetzt leider wieder raus. Das habe ich auch oft genug gesehen beim Tivoli. Ich dachte, erfahren. Nicht bei mir. Ich bin zum Glück groß genug. Gerade so. Ich kann sogar einen Parkplatz buchen vorab. Das ist ja fantastisch. Gut, das gucke ich mir also nochmal rechtzeitig an, bevor wir da in das Legoland fahren. Und wir werden gegebenenfalls berichten. Wenn es ganz besonders gut oder ganz besonders scheiße war. Je nachdem. Sehr schön. Wie habt ihr denn euren gestrigen Abend so verbracht? Ich war spazieren. Okay. Und ich habe ein Spiel gespielt, worüber ich später nochmal rede. Herr Möller? Ja, ich habe auch in was reingeguckt, wo ich später noch was zu sagen kann. Gut. Ich habe dieses Gratis-E-Book gelesen. Weil es jetzt gerade so durch die ganzen Apple-affinen Webseiten geistert. ist vom, wie heißt das, Steve Jobs Archive. Ja, ne? Veröffentlicht. Make something wonderful. Steve Jobs in his own words. Was eine Sammlung ist von, ich würde sagen, Reden und E-Mails. Die Jobs so verschickt hat. Genau. Es heißt ja auch in seinen eigenen Worten quasi. So ein bisschen zusammengefasst. Chronologisch sortiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, ja. Sehr cool designt. Hat, Überraschung, Johnny Ive gemacht. Das heißt Love From. Mit einer eigenen Serifenschrift, die sie dafür kreiert haben. Love From Serif. Das ist die, die nicht gut lesbar ist, finde ich. Aber die kommt nicht so oft vor. Wie hast du das dann gelesen? Weil es gibt es ja, also es ist ja ein Buch, aber ein digitales Buch. Ja. Das es ja im EPUB-Format oder auch in der Bücher-App gibt. Wie hast du dir das dann zu Gemüte geführt? Ich habe es in der Bücher-App auf dem iPad gelesen. Okay. Weil da würde ich gerne mal, also, ich bin immer noch kein Fan von diesen digitalen Büchern. Und ich wünschte mir so, gerade so ein Buch, wünschte ich mir gedruckt, wo, naja, das gesamte Design steht. Wo jeder Buchstabe da steht, wo er stehen soll, wo jede Trennung korrekt ist. Wo alles so ist, wie ein guter Designer sich das überlegt hat. Das ist nämlich bei diesen digitalen Büchern geht das immer flöten, finde ich. Und das ist, finde ich, schade. Also du kannst ja die Design, du kannst ja die Schrift ändern. Und gefällt mir nicht, mache ich alles seriflos. Oder ich habe die Schriftgröße ändert, was ja auch schon mal den kompletten, wie sagt man, den kompletten Eindruck ändert. Und deswegen, ich habe mir die Webseite angeguckt, die mir auch ganz gut gefallen hat. Die auch wahnsinnig hübsch gemacht ist, finde ich. Besonders richtig schön ist allein der Anfangseffekt. Hast du dir das angeguckt? Ich habe das auch im Web einmal durchgescrollt, ja. Und bin da hergesprungen. Und das ist ein ganz geiler Zoom- und Scroll-Effekt und all sowas drin, ja. Ja, der Anfangseffekt ist, also, auf dem Buch ist ja ein Polaroid. Und im Web ist das ein Polaroid, was, wenn du die Seite aufrufst, von unten nach oben reinfährt ins Bild. Und dann auch erst entwickelt wird. Also, das Bild von Jobs wird so reingefadet, als wäre es ein echtes Polaroid. Finde ich einen sehr kleinen, aber wirklich wirkungsvollen Effekt. Und dann hast du halt, also auch die Aufteilung der einzelnen Texte ist halt, ich meine, irgendwie hübscher als in so einem E-Book. Weil du durch Abstände schon mal klar machen kannst, so, du siehst jetzt das. Und jetzt siehst du das. Und so, das finde ich schon gut gemacht. Schon, ja. Also, ich finde das, also, naja, Webseiten konnte Apple ja schon immer. Und, naja, fast immer. Aber, ja. Haben sich ein paar lustige Sachen einfallen lassen, finde ich. Die hübsch sind, die sich andere ruhig übernehmen können. Zum Beispiel haben sich ein Scheren-Symbol einfallen lassen. Also, wie die Schere zum Schneiden. Die man immer da im Text findet, wo es größere Auslassungen gibt. Das finde ich irgendwie nett. Und, ähm, ich muss mich nochmal korrigieren, ähm, mit dieser Love-from-Serif-Schrift. Die ist an und für sich total gut zu lesen. Was ich schlecht lesbar finde, ist, wenn die, ähm, in Sachschnall-Italic, ähm, Kursiv. Kursiv. Kursiv, dankeschön. Kursiv steht. Das finde ich anstrengend, aber so als in der normalen Ausrichtung finde ich total gut. Wenn ich das richtig sehe, sind die Sachen, die quasi Anmerkungen der Redaktion sind, sind ja in Kursiv da, ne? Alles andere ist ja in der normalen Serie. Ja, das sind auch teilweise so Erzählungen, ne? Also, ich hab hier, ähm, was ich mir als Screenshot weggespeichert hab, ist, ähm, der Anfang des Kapitels quasi 76 bis 85. Das ist so eine ganze Seite, die in diesem, ähm, Kursiven ist. Und das fand ich, für mein Auge war es anstrengend, aber, ähm, nun gut. Aber es ist schon, ist schon wahnsinnig hübsch, das stimmt. Ansonsten viele coole Fotos drin, also auch viele Fotos, die ich ehrlicherweise noch nicht gesehen hab. Ich würde sogar sagen, dass die meisten Fotos da drin kannte ich nicht. Was so ein bisschen eine unzweckliche Anstellung, glaub ich, ist, ne? Dass das so Sachen sind, die man nicht schon hundertmal gelesen und hundertmal gesehen hat. Selbst als, 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 als Fan. Und ja, aber was, was mir echt fehlt ist, äh, ich versteh das auch nicht. Weil ich, gerade nachdem, nachdem Apple ja auch schon, ähm, mit, mit und unter Johnny Ive dieses andere Coffee-Table-Book rausgebracht hat, mit den ganzen Apple-Produkten drin. Ähm, warum es da jetzt keine drückte Variante davon gibt. Ist mir auch fast egal, was du für den Preis draufschreibst, dann schreibst du halt irgendwie 60 Dollar drauf oder was. Weil das irgendein super toller, hast du nicht gesehen, Einband ist und ich weiß nicht, was für ein spezielles Spezialpapier, was nur... Genau, da kannst du dann ja auch noch viel mit der Haptik machen. Also, wenn du da besondere Materialien nimmst. Das wäre es auf jeden Fall wert, finde ich. Ja, das hatten sie damals ja auch gemacht, na, bei diesem, ähm, diesem, dem Fotobuch da, ähm, das hat ja auch so einen total hochwertigen, weißen Line ein, und das Papier ist, ich weiß nicht, handgeschöpft von irgendwelchen Bäumen, die nur auf fünf Quadratmeter auf der Welt wachsen oder irgendwie sowas. Die hat jeder Buchstabe handgesetzt. Ja, also vielleicht nicht, aber, ähm, da kann man sich auch ja austoben. Also, man kann das ja, ich finde das total gut, dass das kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, aber man könnte sich ja parallel auch noch an so einem echten haptischen Produkt austoben und wem ist das denn wert, dass der kauft das dann halt. Ja, das wäre wirklich schön. Äh, hast du es denn, du hast es aber nicht komplett durchgelesen, oder? Doch, das ging schnell. Weil es, äh, hat doch auch viel Text. Ja, aber das war jetzt so ein Abend, also, ja, es ist viel Text, aber es ist auch viel, viel Lücke, also, sind da viele E-Mails drin und hast du halt irgendwie, ich weiß nicht, wie viel E-Mail-Header ich gelesen habe, einfach nur drinsteht, von, Steve, an, hast du nicht gesehen, Datum, Überschrift, und das ist bestimmt die vierte Seite ein, aufgrund dessen, wie es gesetzt ist. Ich finde das gar nicht so wenig, aber krass, ja. Wir kommen nachher nochmal zu meinem Leseverhalten. Das ist weniger, als man so denkt, fand ich. Und es sind auch viele ganzseitige, ähm, also ganze Seiten drin, die nur für Bilder da sind und sowas, oder für Einzelbilder da sind. Ja. Aber ja, das ist für meinen Abend, und ich, ich kann das durchaus empfehlen. Also, es stehen, glaube ich, jetzt keine krassen Geheimnisse drin. Inhaltlich so, dass alle Sachen, die man wissen hätte können, wenn man sich bemüht hat, aus, keine Ahnung, diversen Rechtsprozessen, wo ja auch mal Mails aufgetaucht sind, oder, ähm, anderen Geschichten, die erzählt worden sind, Anekdoten, Sachen, die in seiner Biografie drinstehen und so. Aber ich finde es schon nochmal nett, das alles so, naja, in seinen Worten zu lesen. Mhm. Und da kann sich auch die eine oder andere Person nochmal was von abschauen, wie man Mails so schreibt. Okay. So firmenterne Mails. Mich im Begriff. Gut. Mehr alte Apple-Kram. Genau. Ist mir gestern Abend, gestern, gestern über den Weg gelaufen. Es gibt eine Webseite, die nennt sich Infinite Mac, ähm, wo man, wenn man das dann miterlebt hat, nochmal in die verschiedenen Betriebssysteme des Mac eintauchen kann. Und zwar von, angefangen vom allerersten, von 84 bis, wo ist 9, ne? Mhm. 9.0.4, genau, aus dem Jahr 2000. Ist eine Webseite, die das emuliert, zum Großteil. Also, äh, ich war überrascht. Ich weiß nicht, Sophie, hast du irgendwie ein altes Mac OS mal miterlebt? Nee. Nee, also ich glaube, das Erste, was ich so gesehen habe, war so, äh, boah, elf oder zwölf, aber auch nur über Filme oder so. Okay. Ja, weil ich, ähm, damals in meiner Ausbildung habe ich auf jeden Fall noch, ich weiß nicht, ob es auf Mac OS 8, wahrscheinlich aber auf jeden Fall Mac OS 9, ähm, gearbeitet. Und es ist schon, also es ist schon krass, wenn man sich das zu einem heutigen Betriebssystem anguckt, also wie stark sich das gewandelt hat. Und trotzdem, und, äh, genauso spannend ist es, dass sie, äh, ein Großteil, ähm, emuliert haben. Ich meine sogar, bei irgendeinem habe ich auch, äh, Spiele, also Spiele sind, waren ja bei Mac OS meistens dabei. Bei irgendeinem gab es sogar irgendein Warcraft-Spiel, was du einfach so spielen konntest. Ja, was du denkst, hä? Alles im Browser? Was? Das ist schon faszinierend. Jacques, hast du dir das mal angucken können? Ja. Oder hattest du keine Zeit beim Lesen? Ich hab mir das heute Morgen geguckt. Bei mir ist was ganz unangenehm was passiert. Ähm, ich hab das so durchgescrollt, das fängt ja irgendwie in den 80ern an, und mir, ich dachte so, ja, das ist aber ganz schön alt hier, und dann sprang das irgendwann in die 90er Jahre, als kommen wir zu den neueren Sachen, bis mir dann gewahr wurde, dass die neueren Sachen 30 Jahre alt sind. Und es ändert dann ja bei dem eigentlich immer noch taufrischen Mac OS 9 mit 2000, da ich so, ah, das sind auch 23 Jahre, verstehe. Ja, da war ich sechs Jahre alt. Wow. Nur um das mal in Perspektive zu setzen. Danke, Herr. Ja, aber dabei ist auch so, ich, mein erster Mac, wenn ich wirklich was gemacht habe, das muss auch schon, das muss Mac OS 9 gewesen sein, denke ich mal. Ich hatte davor, ich hatte lange Zeit Windows gedöhnt und hatte dann Linux eine ganze Zeit. Und hatte dann, ich hatte einen alten Mac. Und den hatte ich, bevor der iPod rausgekommen ist. Und da muss also Mac OS 9 drauf gelaufen sein, behaupte ich mal. Und ich fand es nett, das nochmal zu sehen, aber es war gut, dass vorbei ist, die Zeit. Ja, aber es ist ein schönes Archiv. Und da kann man wirklich lange, glaube ich, also was heißt lange, kann man sich mal einen Abend mit drin versenken und so ein bisschen ausprobieren, was wo war und so. Ich habe mir das auch angeguckt. Erneut dieses Ohnmachtsgefühl von, wie funktioniert das hier alles? Wo ist irgendwas? Was ich schon hatte, als ich hier zum ersten Mal Mac OS benutzt habe. Weil ich vorher, bevor ich angefangen habe hier zu arbeiten, immer Windows benutzt habe. Was ich cool fand, war, dass man da wirklich einfach Spiele drauf spielen konnte. Ich bin da quasi durch Zufall drauf gekommen und habe dann so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das eine hieß, ich glaube es hieß, Blobo oder so. Sagt euch das was? Ja, es gab, also Mindstreeper gab es nicht, aber Blobo Light gibt es hier, Battle Chess zum Beispiel, ich glaube, das war auch immer dabei. Ja, das war cool, das mochte ich. Ja, das war ein Zeug. Wenn man sich heute, also mit den Möglichkeiten, wenn man quasi den Computer nochmal neu erfinden würde. Ja. Ich finde das manchmal so spannend zu überlegen, wie das wohl heute aussehen würde. Würden wir noch eine Maus, also ist das die optimale Eingabemethode, würde man noch auf eine Maus zurückgreifen? Was ich ja so spannend finde, das ist ja offensichtlich bis 2022 oder wann gedauert hat, bis wir von diesem Weiß weggekommen sind, wobei wir immer noch auf weißen Dingen schreiben, weil es aber, was ja aber auch nicht unbedingt sinnvoll ist, also am Computer jetzt zum Beispiel. Einfach, weil wir dieses Papier gewohnt sind und Papier ist halt immer hell und dann schreibst du da drauf, aber am Rechner musst du es ja nicht unbedingt tun. Finde ich alles spannend. Wobei ich das, also das finde ich nochmal irritierender, seit mir irgendwann, keine Ahnung, vor wie vielen Jahren gewahr geworden ist, dass der Amerikaner an und für sich ja auf seinem Legal Paper da irgendwie schreibt, was ja meistens eben so gelblich ist. Also und, na, trotzdem so Computer, ja, deutsche Erfindung, dies, das, aber alle relevanten Computer aus den USA und trotzdem waren die ja immer, also Word und so, war schon immer weiß. Ein Textmaker und wie sie alle hießen. Ich bin auch nicht sicher, ob man nichts auf gelb umstellen konnte. Notizzettel waren schon immer gelblich, aber sonst? Also mittlerweile gibt es ja zumindest so Dark-Mode-Geschichten. Ja, aber zum Beispiel Freeform gibt es nicht im Dark-Mode. Warum muss ich Freeform, warum muss ich da auf weiß rummalen? Verstehe ich nicht. Naja, das war ein kleiner Ausflug in die Welt des Mac. Liegt es daran, dass sich Farben invertieren müssten? Also ich habe ein Zeichenprogramm, Freeform gründet sich ja irgendwie ein Zeichenprogramm, in dem ich auch zeichnen kann. Und wo ich ja vielleicht bewusst schwarz als Farbe malen, um irgendwas zu machen. Und wenn du das jetzt dir irgendwie im Dark-Mode anguckst, da müssten Farben irgendwie invertiert werden und so Farblegenden fallen auseinander oder sowas. Kann das sowas? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja, für Google gibt es ja diverse Plugins, wo man sich das gut angucken kann, dass es nicht einfach nur, nicht nur gemacht ist, wenn man Dinge invertiert. Weil das sieht dann alles ganz komisch aus plötzlich. Ja. Aber wenn man das Dokument von vornherein auf schwarz baut und quasi dann mit den Dingen auch arbeitet. Ja. Es gibt ja, in GoodNotes kann man es zumindest dunkelgrau machen, was für mich immer noch, was ich noch nicht so geil finde, es ist immer noch irgendwie ein Untergrund. Ich fände es halt schön, auch durch aktuelle Displays, die ja wirklich ein Schwarz liefern, was wirklich schwarz ist, wo einfach nichts ist. Und wenn man dann durch Malen mit Farbe oder mit Weiß oder was auch immer dadurch erst die Dinge, die Inhalte erschafft, die dann auch dann erst auftauchen. Weil jetzt ist es ja quasi, jetzt ist es immer andersrum. Jetzt hast du quasi ein weißes Blatt und bei Displays leuchtet es nun mal und du nimmst quasi die Farbe ja immer weg. Also du nimmst das Licht weg, indem du darauf malst sozusagen. Ja. Wenn du es umdrehst, hast du es halt andersrum. Das fände ich irgendwie. Kommt hoffentlich bald. Es ist dann mehr dieser Malen mit Licht Ansatz, ne? Genau, Malen mit Licht. Schön. Ja, ja. Aber jedenfalls, ich fand das eine nette Zeitreise. Ich habe heute Morgen mal so eine Viertelstunde mit mir rumgeklickt. Und man kann ja, ich weiß nicht, ob bei allen, aber bei vielen kann man auch zwischen mindestens zwei Macs auswählen. Also auf welchem Mac man das starten möchte, das Ganze. Mit unterschiedlich langsamen Erlebnissen dann. Das ist echt gut gemacht. Naja. Mal gucken, wie lange es die Webseite gibt. Ja. Gut. Apple Music Classical ist nochmal so ein Thema. Und zwar, inzwischen ist noch mal eine Woche vergangen, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Ich habe so ein paar Sachen, mit denen ich inzwischen nicht mehr so richtig zufrieden bin. Also wo die Liebe ein bisschen abgekühlt ist. Vor allem, nachdem ich das nochmal verglichen habe, mit, da habe ich mir so ein Test-Abo geklickt bei Idagio, was so der Idagio, man weiß es nicht genau, Idagio geschrieben. Der Goldstein, das was das anbelangt. Und es ist gar nicht mal so, dass die unbedingt mehr hätten. Also gut, wenn man da mehr Geld bezahlt, hat man da auch Videoaufnahmen drin. Aber so im Audiobereich ist es gar nicht mal so, dass die unbedingt mehr hätten. Oder dass ich da irgendwas gefunden hätte, was ich bei Apple Music nicht auch irgendwie gefunden hätte. Aber die kriegen es halt nochmal signifikant besser hin mit den ganzen Metadaten. Also die Verknüpfung, aber auch was da alles drin steht. Und das und eine mir selbst aufgegebenen Hausvergabe für die kommende MacLive habe ich als Anlass genommen, um ein Interview zu führen. Und zwar habe ich mich hier im Opernhaus in Kiel verabredet mit Dr. Waldhaut Lach, Benjamin Reiners und Katharina Hilgenberg vom Philharmonischen Orchester. Und Benjamin, das zählen Sie auch gleich nochmal selbst, aber Benjamin ist da, ist Dirigent und Generalmusikdirektor. Und Waldhaut ist die Konzertdramaturgin. Und die beiden wählen ja auch aus, welche Werke aufgeführt werden etc. Und da haben wir darüber gesprochen, helfen solche Apps eigentlich? Wie hört ihr eigentlich Musik? Was fehlt bei Apple Music? Wofür ist das Apple Music Classical? Wofür ist das gut? Und naja, wo ist noch Luft nach oben? Und das hört ihr jetzt. Ich habe mich heute verabredet mit Katharina, Waltraud und Benjamin an der Oper in Kiel. Wollt ihr kurz am besten selbst erzählen, wer ihr seid, was ihr hier macht? Ja, ich bin Waltraud, ich bin Konzertdramaturgin und Leiterin der Musikvermittlung. Meistens zwei Begriffe, mit denen auch häufig unser Publikum nicht so viel anfangen kann. Bedeutet im Großen und Ganzen gesagt, dass ich zusammen mit Benjamin, der sich ja gleich noch selbst vorklebt wird, die Programme für unsere Konzerte gestalte, die auch drehe, Einführung, Woche, Programmhefte schreibe und den ganzen Kinder- und Jugendbereich auch mitgestalte. Hallo, ich bin Katharina Hilgenberg und ich bin Referentin vom Generalmusikdirektor Benjamin Reyners, der sich gerade auch vorstellen wird und ich mache auch die Öffentlichkeitsarbeit für die Konzertsparte. Ja, ich bin Benjamin, Benjamin Reyners und ich bin Generalmusikdirektor der Landeshauptstadt Kiel, Leiter des Philharmonischen Orchesters Kiel und auch musikalischer Leiter der Oper hier in Kiel. Wer gerade dich hier in Kiel häufiger sieht, stellt ja auch fest, dass Generalmusikdirektor nicht nur so ein Schreibtischjob ist, sondern du stehst ja auch häufiger vor dem Orchester und dirigierst fleißig. Ich habe vorher, bevor wir das Interview geführt haben, unter der Hörerschaft worum gefragt, was man eigentlich so an Fragen mitbringen könnte, wenn man sich hier mit Leuten wie euch trifft, um über eigentliche Apple Music Classical zu sprechen. Und es gibt insgesamt 25 Fragen, die wir im Endeffekt haben, neun davon sind, mehr oder weniger, was macht eigentlich ein Dirigent da vorne? Das sind doch alles Profimusiker, wo es verbraucht ist. Können wir das bitte einfach einmal erklären? Ist das jetzt dein Ernst? Sollen wir da wirklich drüber reden? Danach kommt noch die Frage, und was machen sie tagsüber? Also der Dirigent steht da vorne, um zum einen zu entscheiden, wann fangen wir an, wann hören wir auf, wie schnell spielen wir eine Sache, wie laut spielen wir eine Sache und mit welchem Charakter, in welcher Atmosphäre. Das regelt ja natürlich auf der einen Seite in den Proben mit dem Orchester oder den beteiligten Sängerinnen und Sängern, aber auch vieles nonverbal während der Vorstellung durch das Dirigieren, durch seine Gestik, durch seine Mimik. Da kommt dann immer die nächste Frage, aber die gucken doch alle gar nicht nach vorne, weil sie doch in ihre Noten gucken. Ne, das tun sie eben doch. Der professionelle Musiker schafft es sehr, sehr geübt und erfahren, gleichzeitig in seine Noten zu gucken und eben auch die nötigen Informationen von vorne zu bekommen. Beim Dirigieren gibt es eine allgemein verständliche Sprache, die überall auf der Welt verstanden wird, ohne dass man drüber reden muss. Das ist viel gelernte Technik, aber vieles natürlich auch sehr individuell, deshalb sieht es auch bei jedem Dirigenten, bei jeder Dirigentin ein bisschen anders aus. Und vieles ist natürlich auch sehr viel persönliche Interpretation, persönlicher Stil, persönliche Herangehensweise an die Materie. Aber im Idealfall schaffe ich es während einer Vorstellung, die ganz vielen unterschiedlichen Charaktere und musikalischen Begabungen zu bündeln und alle von meiner Idee oder meiner Interpretation zu überzeugen, gleichzeitig aber natürlich auch Anregungen aus dem Kollektiv anzunehmen, die aufzunehmen und mit meiner Vorstellung, meiner Idee zu verbinden und das Ganze zu einer möglichst perfekten Aufführung zu formen. Super, das lege ich mir auf Wiedervorlage. Wenn ich diese Frage nämlich bekomme, dann kann ich es immer direkt abspielen. Kommen wir zum Thema Musik, darum geht es ja dann eigentlich. Und zwar, Apple hat mit Apple Music Classical eine App vorgelegt, mit der man primär klassische Musik streamen können soll. Wir haben später zu, warum das ein bisschen eingeschränkt ist. Aber ich werde jetzt einfach mal die allgemeine Frage, was macht klassische Musik als Klammer für alles, was da jetzt so dann allgemein gesehen drunter fällt, vielleicht so besonders, dass andere Streaming-Apps, die für Rock, Pop, Metal etc. pp. super funktionieren, vielen Klassik-Fans offensichtlich nicht genügen? Weil wir Klassiker natürlich vor allem daran interessiert sind, ein Werk in verschiedenen Interpretationen zu hören. Ich glaube, wenn ich im Pop oder im, wir sagen ja immer noch so, im U-Musikbereich, also Unterhaltungsmusikbereich, früher hat man mal Unterschieden zwischen U- und E-Musik, völliger Quatsch eigentlich, aber ich merke, dass ich trotzdem noch in diesen Kategorien manchmal denke. Also wenn ich im Rock, Pop-Bereich Titel suche, ist der ja meistens von der bestimmten Band oder dem bestimmten Künstler, der bestimmten Künstlerin. Natürlich gibt es Cover-Versionen, aber in der Regel gibt es die eine Einspielung davon oder das eine Original. Und bei uns in der Klassik-Welt geht es natürlich vor allem darum, die Sinfonie, das bestimmte Stück, das Oratorium, das Kunstlied, in verschiedensten Interpretationen und Aufführungen zu hören. Es gibt also von der Sinfonie XY hunderte verschiedene Einspielungen und für uns Klassiker ist eben ganz entscheidend, da die richtige Aufnahme zu finden, die man sucht. Entweder weil man vergleichen will oder wenn man eine ganz bestimmte Aufnahme unter der Dirigentin oder dem Dirigenten sucht oder eine Aufnahme, bei der eine entsprechende Sängerin, ein entsprechender Sänger mitwirkt. Und ich glaube, das ist der wesentlichste Unterschied, dass wir also, wenn wir ein Werk suchen, gleichzeitig ganz viele verschiedene Interpretationen suchen können oder auch Aufnahmen suchen können. Und da eben die entsprechenden Voraussetzungen in der App zu finden, dass diese Suche einem möglichst erleichtert wird oder man eben mit den Sachen, die man sucht, auch das richtige Ergebnis findet. Wie macht ihr das so bisher? Wie hört ihr aktuell Musik? Klassische Musik? Ja, ich muss ja gestehen, ich bin ein bisschen oldschool da noch unterwegs. Und ich unterscheide auch, ob ich das jetzt auf der Arbeit höre oder im Rahmen meiner Arbeit oder zu Hause privat. So in der Arbeit nutzt sich meistens die Plattform Naxos Music Library, die nämlich nicht nur die von Benjamin erwähnten verschiedenen Interpretationen hat, sondern man kann dort auch zum Beispiel sehr häufig die Booklets anschauen, die für mich als Grammatur gehen, für die Hintergrundrecherche interessant sind. Gerade bei neueren Stücken, da kommt das mal die Komponisten zu Wort oder auch die Musiker selbst. Und einfach so diesen genaueren Einblick in das Werk noch zu haben mit der ganzen Geschichte drumherum, das finde ich persönlich natürlich spannend. Das brauche ich dann auch wieder für meine Programmhefte und Einführungen und so weiter. Und zu Hause, da höre ich tatsächlich meistens CDs. Einfach noch aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil man dann auch nicht so die komplett erschlagene Auswahl hat, aber auch, weil es irgendwie ganz schön ist, so diese CD auszupacken, reinzulegen und man auch dafür dann mal nicht das Handy benutzen muss, das kann man auch mal weglegen. Und ich finde, also für mich ist es dann doch ein konzentrierteres Musikhören, als wenn ich das irgendwie am Handy laufen lasse. Und die Qualität der Wiedergabe ist natürlich auch wesentlich besser. Wobei ich konnte mir natürlich auch Boxen anschaffen, aber irgendwie habe ich das noch so gelöst. Ja, ich höre meistens über Spotify, weil da findet man mittlerweile sehr, sehr viel. Am Anfang war das halt ein bisschen weniger, aber mittlerweile findet man wirklich fast alles. Und manchmal für Opa insbesondere, weil dann finde ich das auch interessant, wenn man nicht nur den Klang hat, sondern auch das Bild, da man sich etwas vorstellen kann, was überhaupt da auf der Bühne läuft. Bei Opa ist es interessant. Dann YouTube einfach. Also das sind eigentlich die zwei Medien, die ich die am meisten benutze. Ich bin auch bei Spotify schon eigentlich, solange ich mein Smartphone habe, ich weiß nicht, wie lange gibt es die App, solange wahrscheinlich noch nicht, bei Spotify dabei. Habe das aber seit ein paar Jahren ergänzt über eine Klassik-App, die heißt Aldagio, also Idagio geschrieben, mit der ich wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht habe. Und da, also, ja, die wirklich einfach täglich nutze und ein ganz, ganz großer Fan dieser App bin. CDs spielen bei mir nicht mehr so eine ganz große Rolle. Wir haben zwar ganz viele zu Hause, auch meine Frau ist auch Sängerin und nimmt viele, viele CDs auf. Das ist ja auch was Interessantes, dass im Klassik-Bereich auch immer die CD wirklich noch im Mittelpunkt steht bei den Veröffentlichungen. Aber so wirklich abspielen, tun wir sie eigentlich selten. Wir verschenken sie oft, weil natürlich die Haptik toll ist und eben zu sagen, hey, das ist ja eine CD, da habe ich dran mitgewirkt. Aber im Wesentlichen Streaming-Dienste, Spotify, Aldagio, immer mal wieder auch Digital Konzertor, der Berliner Philharmoniker und natürlich auch auf die Schnelle immer mal YouTube. Da ist man immer ein bisschen hin und her gerissen, natürlich, weil da auch viel in schlechter Qualität online ist, hauptmäßig in schlechter Qualität und auch viele, ja, Veröffentlichungen da kursieren, die wahrscheinlich nicht ganz rechtens sind. Aber um mal schnell irgendwie was nachzugucken, zu checken, wie lang ist irgendwie ein Stück, wie lang ist die und die Sinfonie, wenn wir Programme machen, Waltraud und ich, ist das ganz spannend, mal schnell irgendwie was zu checken oder auch mal ganz schnell eine Besetzung zu gucken, die man vielleicht in keinem Nachschlagewerk findet, ist YouTube doch auch immer eine genutzte Quelle. Dann gerade noch mal, wo ihr beide bei Spotify schon wart, was ja im Prinzip ähnlich funktioniert wie das standardmäßige Apple Music, was sind so da, da Stolperfallen oder worüber stolpert man, wenn man nach klassischer Musik, also du sagst das ja gerade schon, das ist das Beispiel, was ich auch schon mal an Menschen, die in den Podcast rüfe, gehören, weil mein Beispiel war die Monschein-Sonate, die man als Monschein-Sonate findet, aber wenn es dann von London eingespielt worden ist und Monschein-Sonate heißt, findet man es nicht unter Monschein-Sonate. Was sind noch Dinge, die einen bei der Nutzung von Spotify vielleicht nervt oder hattet ihr bisher gar nicht so den Gedanken von, das ist alles Mist, da muss man was anderes her. Doch bei Spotify ärgert man sich schon manchmal, dass die Suche einem erschwert wird. Ich muss aber sagen, wenn man sich da so ein bisschen reingefuchst hat, weiß man, wie man das austricksen kann und was es für Suchoptionen gibt, aber natürlich ist es nicht so luxuriös wie bei vergleichbaren Apps, also gerade in die Sprache ist natürlich oft sehr unterschiedlich, manchmal selbst wie der Komponist geschrieben wird, wenn man Tchaikovsky oder Prokowiev oder Ramaninov in den verschiedensten Schreibweisen kommt man auch nicht immer so zum Ziel, wie man das gerne hätte, aber man weiß es auszutrinksen, aber natürlich ist es nicht so luxuriös, dass man, wenn man jetzt nach einem Werke verzeichnet ist oder was suchen will, ist es nicht immer entsprechend angegeben. Ja, man muss wissen, wie man damit umgeht, oder? Ich finde es auch tatsächlich sehr schwierig, wenn du eine Oper abspielst, dann dich in den hunderten von Tracks dann zurechtzufinden und die genaue Stelle zu finden. Das ist immer die Hölle so ein bisschen. Das ist auch so eine Schwierigkeit. Ja, und bei klassischer Musik ist es ja oft so, dass dann ja doch die eine Nummer in die nächste übergeht und das ist auch nicht immer optimal gelöst. Dann hat man halt doch gerade bei, du hast gerade Oper angesprochen oder Oratorium, wo es ganz, ganz viele Tracks gibt, manchmal nur Rezitativ von wenigen Sekunden, dass dann wieder in die nächste Aria oder in das nächste Ensemble übergeht und dann gibt es noch einen kleinen Stopp oder eine kleine Unterbrechung. Das ist nicht so schön. Das stärkste Verkaufsargument, wenn man es so nennt, Apple Music Classical, ist, glaube ich, dass es nichts kostet, Klammer auf, wenn man ein bestehendes Apple Music Abo hat. Das heißt, wenn ich jetzt das wieder, ich habe ein Apple Music Abo, das gibt es irgendwie on top oben drauf. Ihr hattet jetzt schon mal die Chance, ein bisschen damit rumzuspielen mit Apple Music Classical. Füllt das eine Lücke? Ist das gut genug? Ist das besser als das, was ihr von Spotify kennt? Reicht es an Hidajo ran? Also an Hidajo reicht es für mich überhaupt gar nicht ran, weil es diese ganzen Suchfunktionen und Listfunktionen, die es bei Hidajo oder Hidajo gibt, überhaupt nicht hat. Für mich ist es nur so ein bisschen mehr auf Klassik hin ausgerichtet. Also klar, man kann jetzt nach Komponisten suchen und wenn ich ein Werk suche, was weiß ich, ich gebe eine Oper ein, suche, wir spielen jetzt gerade Manon Desco von Puccini, gebt das ein, Puccini, Manon Desco, dann findet ihr auch das entsprechende Werk mit der entsprechenden Werkangabe von Puccini, aber listet mir dann nicht eben nur die Kompletteinspielungen auf, sondern alles Mögliche. Da kommt dann auch irgendwie eine Best-of-CD, wo ein zwei Minuten Ausschnitt aus Manon Desco drauf ist und das wird mir dann einfach bei den Treffern angezeigt. Es gibt dann, das habe ich, weil es zumindest bei den meisten Suchen, die ich jetzt gemacht habe, immer eine Empfehlung, die mir gezeigt wurde. Das hat sich mir nicht so ganz erschlossen, weil ich natürlich auch irgendwie Referenzaufnahmen kenne oder weiß, was sind von welchen Stücken die wirklich wichtigen Aufnahmen. Das hat sich mir jetzt nicht ganz erschlossen, wie es jetzt zu dieser Empfehlung kommt. Ja, erstmal so als erster Eindruck. ich sehe den großen, großen Nutzen noch nicht so ganz. Und vielleicht kommen wir im Gespräch noch drauf. Ja, und auch die zusätzliche Infos, die wir dann gesehen haben, waren letztendlich auch nicht so klar, wo man sagen könnte, ach cool, jetzt sehe ich alle Sänger, die hier auf der CD mitwirken oder da hatten wir auch ein Beispiel, wo wir überhaupt nicht klar waren, wer ist der Dirigent der Ausnahme, was natürlich gerade, wenn man große Stücke sucht, auf das entscheidende Suchkriterium ist, wie die Sinfonie von dem und dem hören oder die Oper dirigiert von dem und dem, oder ganz banal, irgendwie die Cover, die kann man auch nicht größer ziehen. Also das ist so klein auf dem Handy, dass du halt nicht überhaupt siehst, wer auf dem Cover ist und das ist eigentlich für klassische Musik so schon eine Sache, die sein sollte. Ich finde die ganz spannend, weil ich habe genau mit den Punkten oder mit ein paar dieser Punkte, ich habe mich bei Apple schon gemeldet, noch keine Rückantwort bekommen, nämlich genau diese Metadaten, weil wo kommen die eigentlich her? Das wäre so die Frage. Wer legt die ein? Genau, also sind es die Musikverlage selbst, dann wäre es irgendwie schwach, dass da nicht mehr Daten drin sind, weil die anders vorher liegen und ja eigentlich auch digital vorliegen müssten. Wenn ich ein deutscher Grammophon bin, habe ich ja hoffentlich all die ganzen Daten und Listen. Ich würde davon ausgehen, dass Aydacho nicht selbst anfängt, Leute abzuhilfen und sagen, hey, hier, wir haben diese Aufnahme, wir warten eigentlich noch dabei. Wer spielt denn noch bei den Geigen eigentlich mit außer den beiden, die auf dem Cover mit draufstehen oder so? Ich würde erwarten, dass die Daten irgendwo als Satz herkommen und ich verstehe es auch nicht so richtig, warum da Dinge irgendwie fehlen. Aber gerade bei diesen Zusatzinformationen, was ist das so burglitzend drin? Das ist vielleicht eine Frage, die sich primär an dich richtet, Waltraud. Wenn ich jetzt mit Leuten spreche, die in klassischer Musik nicht so zu Hause sind, sollten Menschen mehr über die ganzen Werke lesen, bevor, zumindest nachdem sie sie hören? Also was ich mal so als Fragen bekomme ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich höre einen neuen Song von Taylor Swift. Nach fünf Zeilen weiß ich, aha, Herzschmerz oder aha, es geht hier um Freundschaft oder was auch immer. Wenn ich mir jetzt klassische Werke, wenn ich mir, keine Ahnung, wenn ich mir, ihr spielt demnächst mal das fünfte, wenn ich mir die anhöre, die ist wie lang, 80 Minuten, 82 Minuten, sowas und erzählt ja irgendwie auch musikalisch eine Geschichte. Aber wenn ich das anhöre, kann ich das schön finden oder auch nicht, je nachdem, wie ich gepolt bin. Aber erst mal weiß ich nicht, was hat sich der Künstler dabei gedacht? Soll ich das wissen? Das kommt sehr drauf an. Ich finde, man kann es wissen, man muss es aber nicht wissen. Gute, gute klassische Musik erschließt sich einem meines Erachtens auch ohne diese ganzen Hintergrundinformationen. Die können aber helfen. Und die können vor allen Dingen helfen, wenn gewisse Vorbehalte da sind oder man vielleicht sich an den schlechten Musikunterricht erinnert, den man in der Schule hatte und es einem das ganze Gebiet ein bisschen versaut hat vielleicht. Dann kann es helfen, Lust zu machen, sich auf diese Musik einzulassen. Und was wir im Konzert natürlich haben, was nochmal anders ist als in der Oper, im Musiktheater generell, ist, dass wir ja in Anführungsstrichen nur die Musik haben, die natürlich von vielen Musikern gemeinsam ausgeführt wird. Aber wir haben nicht noch die Szene dazu. Wir haben auch nicht das gesprochene Wort, meistens nicht. Wobei es ja auch Sinfonien gibt und es dann durchaus folgt. Aber das fehlt meistens auch. Also es ist eine, vielleicht die Kunstform, der man sich einerseits am einfachsten auch öffnen kann, weil sie nämlich diese universelle Sprache der Musik auch spricht. Andererseits aber eine, die sich eben nicht wie Songtexte, die jetzt bei Taylor Swift noch dabei sind oder in den Opern, einfacher erschließt. Also wenn man jetzt bei Taylor Swift auch die Worte weglassen würde, man wahrscheinlich eigentlich manchmal sehr wenig wissen, worum es geht, weil alles auch manchmal ein bisschen, manche Sachen auch recht ähnlich klingen, sagen wir mal, ob es Freude oder Trauer ist oder nicht. Und da kann man in der klassischen Musik schon ganz anders auch Dimensionen hören, wenn man sich ein bisschen darauf einlässt. Und dabei versuche ich zum Beispiel in meinem Job einfach zu helfen, indem ich diese Einführung gebe, das ist ja auch immer freiwillig oder ob man sich jetzt das Programmwerk kauft oder nicht. Und das ist auch so ein bisschen die Krux an meinem Blog, weil ich auch nie weiß, wer sitzt im Publikum, sind das die Kenner, die vielleicht sogar Musikwissenschaft studiert haben oder sind das Leute, die noch nie ein Konzert besucht haben. Ich versuche immer, das für beide irgendwie ansprechend zu machen und auch für das Grobe, was natürlich in dem mittleren Bereich irgendwo unterwegs ist. Und auch in den Einführungen oder auch in guten Texten über Musik weniger da jetzt so abstrakte Abhandlungen in wissenschaftlicher Natur draus zu machen, sondern so einen Hörleitfaden mitzugeben. Also so Assoziationen, die einen durch ein Werk begleiten können, vielleicht auch auf gewisse Stellen mal den Fokus legen, dass man hier besonders schön die Trompete hört. Und so, dass man so kleine Stationen hat, an denen man sich festhalten kann, gerade wenn man neu ist, weil es dann auch leichter macht, dem Ganzen zu folgen. Eigentlich auch, wie wenn man sich einen Film anschaut, den man noch nicht kennt und vorher kurz die Beschreibung dienst oder den Trailer schaut. Ein bisschen ähnlich, würde ich sagen, ist dann meine Aufgabe für unser Publikum. Wenn man manchmal auch ein bisschen erschlagen wird von der Komplexität und dessen ist es einfach leichter, mit einer Höranleitung nochmal zu hören. Wobei ich auch glaube, dass klassische Musik erstmal keiner Erklärung bedarf und die Begeisterung dafür sich auch einfach so herstellen kann, ohne dass ich besonders gut höre oder besonders viel darüber weiß, sondern dass es einfach nur ja direkt die Emotionen anspricht. Aber das ist eben das Besondere, dass sich noch so viel, viel mehr erschließen kann beim Hören und sich so viele neue Türen auftun, wenn man vielleicht ein bisschen mehr darüber erfährt. Und natürlich worum uns im Alltag auch geht, ist eben einfach Hemmschwellen abzubauen oder genau diese Angst abzubauen. Oh Gott, ich weiß da gar nichts drüber. Dann höre ich mir das nicht an. Oder erstmal muss ich da in diesen Tempel des Konzerthauses irgendwie rein und dann muss ich mich noch besonders anziehen und dann höre ich noch was, was irgendwie, ja das ist ja viel zu hoch für mich irgendwie so. Und das ist ja überhaupt nicht so. Also die Musik ist manchmal, kann so direkt und pur dich erreichen und begeistern. Und da arbeiten wir dann vielleicht auch manchmal einfach mit Erklärungen dran, zu sagen, hey, nee, wenn ihr einfach ganz unvorangenommen das jetzt hört und wir geben euch noch mal die kleine Hilfe, dann kann euch das genauso begeistern. Wie hieß die Künstlerin von Elga Arschmann? Wie hieß die Künstlerin von Elga Arschmann? Das ist ja auch so ganz klassische Fragen. Vielleicht stehen die auch unter den 25 Hörerfragen, wie wann soll ich klatschen oder so. Darf ich zwischendurch klatschen oder darf ich irgendwie mal seufzen oder irgendwie husten etc.? Diese Dinge, die ja ein bisschen manchmal ritualisiert sind, je nachdem, welches Konzert man geht. Wir machen ja auch ganz unterschiedliche Sachen, wie du ja weißt. Von daher, auch solche Sachen hemmen manchmal die Besucher und auch da kann man ein bisschen auf den Streaming kann vorab mal drauf eingehen und sagen, ja hier zum Beispiel geht der eine Satz direkt in den anderen über, also bitte klatschen sie nicht. Und da ist auch... In der Stand in der Streaming, genau. Ich empfehle sich mal, die Proben zu besuchen. Ich fand es mir ganz nett. Ich habe hier schon, keine Abschweifel, ich habe hier schon ein paar Leute mitgeschleppt in die Filet-Extrakt-Veranstaltung, die ja abends nach der eigenen Zeit stattfinden, die ja ein bisschen lockerer sind, die moderiert sind meistens und wo sowas genau erklärt wird. Und das fand man sich ja alles sehr gut, weil das ist ja so ein Faktor, zu dem Menschen irgendwie, Angst sind vielleicht zu groß, aber der hat doch die Angst, sich zu blamieren, glaube ich. Ja, genau. Die geht schon irgendwie. Und ich habe neulich, das verlinke ich gerne im Podcast noch, im Interview geführt mit Adele, die hier an Europa gesungen hat, in Tchaikovskys Leiter, Dankeschön, Jolanta, genau. Und die sagt, das ist ein deutsches Phänomen, dass wenn sie irgendwie in Italien oder Frankreich auftritt, und die Leute irgendwas toll oder auch mal schlecht finden, dann kriegt sie das schon sofort zu hören. Das sei eher in Deutschland, dass Menschen so mit religiösem Eifer da sitzen und lauschen und dann hinterher im besten Fall ausrasten, aber auf gar keinen Fall während noch geschrieben wird oder zwischen den Sätzen. Das ist ein bisschen verloren gegangen auch. Ich glaube, man hat auch in Deutschland früher während der Oper zwischen den Arien viel mehr applaudiert. Aber es ist eben genau aus dieser Angstentnahme, darf man gar nicht, man muss dieses heilige Ritual bis zum Ende aushalten und darf erst dann klatschen, anstatt einfach irgendwie nach einer tollen Arien seiner Begeisterung freien Lauf zu lassen und bravo oder brava zu schreien und zu jubeln, zu pfeifen und was auch immer. Wie ist denn das für euch, wenn das, also jetzt kommen wir ein bisschen weiter weg von der ersten App-Geschichte oder so, aber es ist vielleicht trotzdem interessant für Menschen, die sich den Teil überhaupt anhören zu der Klasse, gell? Wie ist das für euch, also gerade für dich dann in dem Fall auf der Bühne oder fürs Orchester, was ihr so hört, wenn Menschen dann doch mal anfangen, irritiert das eher oder findet man es dann toll, dass Leute... Ich finde es immer toll, weil ich dann denke, jetzt haben die nach dem ersten Satz schon applaudiert, weil sie den ersten Satz schon so toll fanden und es aus ihnen raus musste und das ist tatsächlich eine Entwicklung wieder der letzten Jahre, dass es wieder mehr kommt, dass zwischen den Sätzen geklatscht wird und ich finde es super. Historisch ist es total, wie sagt man, begründet oder was? Also historisch gesehen haben die Leute früher einfach direkt nach einem Satz gejubelt, die haben auch da Kapo gerufen, wenn sie wollten, dass es nochmal gespielt wird und dann hat es eben alles immer mehr Kult bekommen und immer mehr fast religiösen Charakter und eigentlich ist es schön, dass diese Spontanität zurückkommt, finde ich. Ja, das entspricht der ganzen Musik ja auch eigentlich mehr und genau, früher gab es durchaus Konzerte, bei denen wurde auch vergessen und so weiter. Jetzt nicht nur in der Lille-Bromerei, sondern auch in den Konzertsälen und ich habe auch immer wieder die Rückmeldung von Musikern, Musikerinnen oder auch Sängern bekommen, dass die eigentlich froh sind, wenn sie spüren, dass vom Publikum was kommt. Das war jetzt zum Beispiel, auch man kann es ja nicht mehr hören, aber in Corona auch so, wo das Publikum eben gefehlt hat, dass man so gemerkt hat, dass es einfach nicht dasselbe ist, ob man jetzt vor irgendwelchen Kameras spielen, ohne Publikum oder wirklich diese Interaktion mit dem Publikum hat und je deutlicher die zu spüren ist, das merke ich ja sogar, wenn ich dann nur mal was moderiere auf der Bühne oder so, die Resonanz ist immer anders und je besser die ist und je deutlicher sie sich äußert, desto besser eigentlich. Also gerne klatschen, bitte, liebe Zuhörer. Ich fand das, du kurst zurück so ein bisschen, das faszinierend, ich war vor was, zwei, drei Wochen, dass ich euch noch getroffen habe bei dem finnisch-französischen Vormittag quasi. Was war nochmal das Werk von den Franzosen, was da zum Schluss gespielt wurde? Jetzt zur letzten, ist César Frans. Ja, César Frans, genau, danke. Da, wo ich saß, war das nämlich genauso. Da gibt es ja einen relativ kurzen Satz und einen Satz, der unfassbar lang ist und Menschen haben nach dem ersten Satz, um mich umso einfach zu klatschen und wurden teilweise sehr böse an den Augen, in einer sehr alten Ecke des Publikums saß. Und als dann, dass das ganze Stück aber zu Ende war und ich glaube, das ist auch die Musiker auf der Bühne aufgefallen, haben die erstmal nicht klatscht, sondern gewartet, okay, was, dürfen wir jetzt wirklich vorbei? Als man es sich meine, so ein paar Menschen auf der Bühne grinsen gesehen zu haben und es irgendwie, eigentlich allen klar war, das ist jetzt wirklich zu Ende. Jetzt könnt ihr. Aber genau das, was du ihr gesagt hast, dass ihr ja auch daran arbeitet, unter anderem mit Filler-Extrakt, aber auch mit vielen anderen Aktionen ja, daran zu arbeiten, dass das so ein bisschen so dieses Elitäre verliert. Wirken solche Apps dem nicht eher entgegen? Also da gibt es eben diese Gleichmacht. Klar, dass man jetzt jetzt braucht man auch noch eine extra App für diese Musiker. Genau, es gibt diese Gleichmacht-App Spotify mit so einer Apple Music dazu und egal, ob du jetzt irgendwie Mark Zuckerberg bist und zig Milliarden auf dem Konto oder ob du ich bist, der nicht so viele Milliarden auf dem Konto hat, es gibt ja diese eine App und das Besseres gibt es irgendwie, da man hören alle Leute Musik und dann kannst du auch so, ob die App irgendwie so rot ist und Apple Music heißt oder ob die grünen so Spotify heißt. Und jetzt gibt es irgendwie ein Dachio daneben und es gibt Apple Music Classical daneben, ist das kontraproduktiv? für den Ansatz von kommt doch und hört doch einfach. Gott sei Dank schließt es ja nicht aus, dass es weiterhin dieses Riesenangebot an klassischer Musik bei Spotify zum Beispiel gibt. Und ich finde, ich finde aus meiner Perspektive wirklich toll, dass sich bemüht wird, dass es Klassik-Apps gibt, die eben uns die Suche erleichtern und eben die Bandbreite an Aufnahmen, die es gibt, eben auch präsentieren können. Weil das ist schon ein Nachteil, muss man ehrlich sagen, von Spotify, dass wenn ich einen Werksuch kriege, dann immer irgendwie die Top-Treffer oder die Standard-Treffer angezeigt und eben diese Bandbreite an Einspielungen, die es gibt, die manchmal auch absurd sind. Das muss man ja sagen, wo man sich immer fragt, brauchst du jetzt wirklich noch eine Einspielung von, weiß ich nicht, Bass wohl, temporiert im Klavier oder wirklich noch einen neuen Don Giovanni und immer, immer wieder. Aber es hält die Szene frisch und auch darüber wird man natürlich auf neue Künstler aufmerksam, auf neue Newcomer, die kommen und die ganz, ganz tolle Leistungen abliefern, die ich natürlich in den großen Häusern hören kann, aber aus der Entfernung eben auch über diese Apps kennenlernen kann. Also ich bin wirklich dankbar für die Entwicklung und ich sehe da jetzt keinen Keil dazwischen irgendwie, weil es im Konsum der Musik schon einen Unterschied gibt, glaube ich, also jetzt, wenn ich eben Aufnahmen suche. Ja, das wäre ich eigentlich auch so, ohne jetzt die Selbstbewusstsein zu benutzen. Denke ich auch so, wie du gesagt hast, wenn ich dadurch, dass es eben bei den anderen Portalen nicht rausfliegt dadurch, sondern eben auch noch Bestandteil ist und man zusätzlich diese Möglichkeit hat, jetzt nochmal, wenn man sich da speziell in diesem Sektor irgendwie weiterbilden oder was achten will, dass man das dann ergänzend benutzen kann, denke ich, ist das schon eigentlich eine gute Sache. Ich meine, das ist ja schön zu sehen, hier in Kiel zum Beispiel, gibt es keinen CD-Laden mehr für Pop-Unterhaltungsmusik, oder? Ich will nicht so wirklich, glaube ich nicht. Aber es gibt noch einen CD-Laden für klassische Musik. Ja. Rot-König-Klassik in der dänischen Straße. Also da sieht man schon auch wirklich noch ein bisschen den Unterschied in der Art und Weise, wie die Sachen angeboten werden und wie sie eben nachgefragt werden. Wie hört ihr eigentlich Musik? Wir haben schon gesprochen, dass ich Chemiedienste nutze, Katharina und Benjamin und das Duo Waltraud eher das CDs nutzt, aber eher das Ganze so drumherum. Ich kann zum Beispiel, ich höre viel klassische Musik, wahrscheinlich die meiste klassische Musik, während ich arbeite. Weil ich brauche irgendwie immer, ich brauche ein bisschen Hintergrundbescheinung, brauche ich immer irgendwie. Das darf nichts mit Texten sein, weil ich mit Texten arbeite, dann komme ich irgendwie aus dem Konzept. Könnt ihr das, macht ihr das? Könnt ihr das mal auch Musik nebenbei hören oder ist das immer automatisch Arbeit? Braucht es zur Entspannung dann irgendwie Death Metal oder irgendwie sowas? Also ich kann zur Entspannung schon auch Musik hören, aber was ich überhaupt nicht kann, ist Musik nebenher hören. Also dass jetzt einfach irgendwie Musik läuft. Weil ich kann, dafür höre ich zu aktiv zu. Bei uns zu Hause gibt es ein paar Sachen, die wir hören, wenn wir putzen irgendwie oder so. Aber selbst da, da singt man dann mit und das kennt man dann. Irgendwie, da muss es dann aber auch die spezielle Aufnahme sein, damit das Putzen muss. Das vielleicht. Aber, das verrate ich nicht. Aber ich kann, also schon zur Entspannung auf jeden Fall, aber dann auch sehr gezielt. Dann weiß ich auch, was mir jetzt gut tut, was ich gerne hören möchte. Und es ist überhaupt nicht so, also es ist auch das Schöne, dass ich meinen Job immer noch so gerne mag und liebe, dass ich jetzt nicht denke, oh Gott, Musik arbeite oder so. Sondern klar, Musik ist meine Arbeit und Musik ist ja auch mein Leben. Und ich höre nicht wahnsinnig viel Musik privat, aber wenn, dann sehr bewusst und sehr gezielt. Und deswegen will ich auch gut suchen. Da habe ich mich davor gedrängt. Sorry. Es ist gut, ich überlege gerade noch. Also bei mir ist es auch eindeutig so, dass ich es nicht nebenher hören kann. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich sowieso beim Arbeiten, ich schreibe ja auch viele Texte, da immer absolute Ruhe braucht, brauche, dann muss auch die Tür zu sein von meinem Büro und dann darf mich keiner stören. Da wäre ich auch zu abgedenkt und ich brauche für die Musik schon auch den Raum tatsächlich und finde das wichtig, dass ich mich dann darauf fokussieren kann. Für mich dann wirklich auch lieber mal was in Ruhe an, zugegebenermaßen zur Entspannung oder wenn ich im Auto fahre oder so, da höre ich dann auch gerne mal so Popmusik, mache ich mir Enjoy an und drehe das voll laut. Also solche Sachen finde ich dann manchmal zum Abschalten auch nicht schlecht und je nach Stimmerung kommt es bei mir auch drauf an. Also was ich für Musik höre, welche Epoche und das ist so ein bisschen tagesformabhängig. Ja, ich kann mich nur anschließen eigentlich, dass es sehr schwierig ist, weil ich immer, dann versuche ich damit mitzusingen, also tatsächlich. Aber ich höre auch natürlich, also nicht natürlich, aber ich höre auch so Falschmusik, insbesondere wenn ich Sport mache, dann brauche ich immer etwas, was jemand wissen muss. Ja, einfach pushend. Das geht mir völlig anders. Ich kann beim Sport, ich kann alles, ich bin im Fitnessstudio, aber ich kann da alles hören. Ich habe auch gar kein Problem, dann irgendwie auf dem Laufband zu stehen und nebenbei, also das ist das Einzige, was ich dann höre, ist dann irgendwie Schuber, der Tod und das Mädchen oder so. Also ich brauche nicht den Rhythmus, der mir den Sport vorgibt. Rhythmus brauche ich auch nicht. Ich suche mir zum Laufen gezielt auch vorher aus, was ich dann höre. Aber dann weiß ich auch genau, ich suche mir jetzt die und die Symphonie, die dauert 45 Minuten und dann laufe ich dann auch diese 45 Minuten. Prospekt. Ja, die Zeit vergeht dadurch aber natürlich auch viel, viel schneller. Und man denke, ich dir so, Gott, jetzt muss ich noch und bis ich, dann passt die Musik schon vorbei. meine Laufeinheit ist schon vorbei. Ich brauche es auch, weil in den Fitnessstudios, wo ich so bin, da läuft einfach so gar nicht meine Musik. Da läuft man häufig irgendwas zu sehr elektronisch, ab Tempo und zu laut und so, weil Menschen das offensichtlich hilft. Aber kriegst du das damit mit guten Kopfhörern weggedämpft, dass du nicht beides hörst? Ja. Der Tod und das Mädchen gehört mit Techno-Unterlegung. Sehr mal spannend. Ich weiß nicht, wie viel Konspirator uns ja so größer hat. Aber das ist, sowas ähnliches gab es doch schon. Ich hatte doch auch schon mal mit DJ nebenbei. Das ist gar nicht so lange her. Letztes Jahr, nächstes Jahr auch wieder. Ah, sehr cool. Du warst gerade schon beim Auffinden von Musik, Benjamin. Wie findet ihr neue Musik? Also ich unterstelle mal, dass auch ihr nicht das gesamte Repertoire, was alle klassischen Komponisten jemals verfasst haben, kennt, sondern wenn, keine Ahnung, ihr überlegtes Programm für die nächste Spielzeit und kommt auf die Idee, ha, noch ein Mozart, musst du es ja echt nicht sagen. Wir machen mal was anderes, was wir noch nie gespielt haben. Ist es dann eher so, dass, keine Ahnung, wenn ich was Neues suche, denn ich mache es bisher, so ich gehe dann in eine der diverse Streaming-Apps und gucke nach was, was mir gefällt und gucke dann nach Vorstellungen, die Gericht, das habe ich noch nie gemacht. Ja, ich auch nicht. Das klappt auch mal mehr mal weniger gut, ehrlicherweise, aber alternativ natürlich, okay, so Dirigenten könnte man ja auch suchen und so. Ich habe jetzt ein Werk gehört, das du dirigiert hast. Was hat er eigentlich noch so gemacht? Wie geht ihr da ran, wenn ihr was Neues finden wollt? Da gibt es viele Wege und sie sind ganz vielfältig. Also zum einen passiert es, dass man zufällig auf etwas stößt, also wenn man Radio dann nicht Enjoy hört, sondern vielleicht Deutschlandfunk oder NDR Kultur, da kommen häufig gute Sachen und dass man da was mitkriegt, zum Beispiel, was man vorher nicht kannte, sich dann eine Notiz macht oder so. Das dann im Kontakt mit Verlagen, also jetzt zum Beispiel auch, wenn es um neue Musik geht, das ist auch immer wichtig. Die schicken auch vierteljährlich ihre Magazine raus, sie dann, also einmal neue Komponisten und Komponistinnen benennen, aber auch neue alte Werke. Meistens liest man tatsächlich erst drüber und sucht dann, ob man schon eine Aufnahme hören kann oder ob man sich in Anführungsstrichen nur die Partituren angucken kann, aber tatsächlich funktioniert es, gerade bei neuen Sachen in der Regel, übers Überlesen. Nur, dass man von irgendeiner Uraufführung liest oder von irgendeiner Neuveröffentlichung oder eben durch die Mails oder durch die Post der Verlage. Ja, oder der Agenturen auch teilweise, wenn sie die Künstler vertreten. Es gibt auch Zeitschriften in unserem Bereich, zum Beispiel das Orchester, dazu die Zeitung für Orchester, Musiker, Komponisten etc. Also da ist alles, was diesen Orchesterbereich und Konzertbereich angeht, drin vertreten. Oder Opernwelt, das ist für den Konzert, Musikzeitungen. Das sind auch immer gute Blätter, wo man sich informieren kann, wo wir alle Musiknerds auch gerne drin lesen und darauf aufmerksam werden. Denn manchmal ist das auch eine Zufallsbegegnung oder man schaut auch ein bisschen, was machen andere Häuser im Inland, aber auch im Ausland. Es ist oft sehr interessant, da mal zu gucken, hier in unsere skandinavischen Nachbarländer zum Beispiel oder auch Amerika. Die machen wirklich auch ganz andere Sachen, auch als wir noch. Darüber wird man auch auf viele Leute aufmerksam. Ich finde das ruhig verspannt, weil ich bin tatsächlich noch nie über eine App oder eine Screening-App jetzt hören, irgendwie da drauf gekommen, ein neues Werk zu finden oder zu entdecken. Vielleicht recht mal herangehen, oder so. Das stimmt, ja. Ja, ich weiß, ich habe das irgendwann mal angefangen, weil ich, ich meine, die Klang ist das falsche Wort, aber klar, ich habe jetzt ein Stück gehört oder ein Werk von Tchaikovsky gehört und da kann man sich den ganzen, das ganze Korpus ja irgendwie durchhören. So, das kann man sicherlich machen. Und dann ist man sicher, ist man auch ein bisschen weiter und hat auch gute Zeit dabei gehabt, bei den meisten Werken, finde ich zumindest. Aber ich habe dann gemerkt, ich höre eigentlich immer das Gleiche. Also ich kenne dann ein Werk von Tchaikovsky und dann höre ich das irgendwie, nicht blind, aber ich höre dann viel von Tchaikovsky und dann hier nochmal verschiedene Aufnahmen davon und bin dann da an so einer Insel drin. Und dann habe ich da noch so eine andere, so eine Dvorszak-Insel, wo ich da so ein paar Symphonien kenne. Und ich hatte immer das Gefühl von, ja, das hat aber die Namen, wenn ich klassische Komponisten in Google eintippe, eine Komponiste von zehn Leuten und die habe ich ja rauch und runter gehört. Aber dazwischen wird es ja auch irgendwie so dunkle Materie geben von Menschen, die man halt von Komponisten, Komponistinnen, die man einfach nicht so auf der Pfanne hat, wenn man nicht so tief in der Materie drin ist. Und tatsächlich, manchmal kriege ich halt Komponisten vorgeschlagen, also nicht nur Werke, sondern Komponisten vorgeschlagen, die ich mir nie gehört habe. Das wird euch vielleicht weniger so gehen als mir, aber ich fand es so ganz interessant. Oder Werke, wo ich weiß, Kate Shostakovich habe ich auch vieles von gehört, vieles aber auch nicht. Und wenn Apple Music aber findet oder Idagio findet, dieses Werk von Shostakovich ist diesem Werk von Dvorak irgendwie ähnlich und dann bleibt man schon mal so ein bisschen so im Flow, aber das war so der Hintergedanke. Manchmal klappt das und manchmal ist es so eine Katastrophe, wenn ich es so... Nee. Es war dann wahrscheinlich was gespondertes, was wir da jetzt haben. Ja, auch so. Aber man, das ist schon mal von so einem sehr opulenten Orchesterwagen und dann ist so, klingt so ähnlich, ist dann der Vorstand, da hat man so sehr ruhig wie kann man sich so, wow, man, das ist ein 20. der Leute und es ist ein Achtel so schnell, das ist irgendwie weit entfernt voneinander. Ich hatte tatsächlich so eine Phase, wo ich auf Spotify so geguckt habe, was die Neuerscheinungen für CDs im klassischen Bereich sind. Aber eigentlich nur so als Interesse, aber habe ich auch nichts damit gemacht mit der Empower am Ende. Gibt es das jetzt bei Apple Classic? Ja, die schlagen dir, die haben auch so einen Entdecken-Tab mit drin und schlagen dir da regelmäßig neue Musik vor und mal ist das einfach, also das Versprechen ist, dass es sowohl Musik ist, die zu dem passt, was du gehört hast, aber auch Neuvorstellungen, die offensichtlich auch, da steht man einfach noch von Apple aus, aber offensichtlich auch redaktionell betreut ist. Ja. Aber ja, da kommen vielleicht so ein paar Sachen zusammen, die wir hier so insgesamt schon gesagt haben, weil du sagst, ob denn die 94. Don Giovanni auch noch wirklich noch ein No-Toot, aber genau darüber finde ich die dann aber vielleicht auch, weil da geht ein Neu auf, ja, so klar. Dann poppt die noch mal irgendwo auf und schafft es vielleicht sogar noch mal in die Klassik-Charts oder so und das geht da auch noch von 1908 auf 5 vielleicht nicht so, dass die heute noch mal in die Charts kommen. Ja. so wenig. Ich habe noch so eine Anschlussfrage an das vorhin wie ihr so Musik könnt, ob ihr eine hohe Musik hören könnt, konzentriert, man kann sich konzentriert entspannen und einfach die Musik einfach so oder habt ihr da immer so ein berufliches Ohr, also keine Ahnung, sitzt du gerade da vielleicht und denkst, Mann, da hätte der Karajan in Shelly auch ein bisschen Lampf machen können an der Erstellung oder so. Ja, das passiert schon, aber das ist ja eben auch das Spannende daran, verschiedene Aufnahmen zu hören. Also natürlich versucht man erst mal ein Stück gänzlich ohne Aufnahmen zu lernen, um sich erst mal seine eigene Idee zu machen, aber dann ist es auch total spannend, die unterschiedlichen anderen Interpretationen zu hören und tatsächlich dadurch seine eigene Sicht der Dinge noch mal zu schärfen, wenn man dann eben auch sagen kann, nee, also so wie das jetzt gemacht, nee, das empfinde ich gar nicht so oder würde ich ganz, ganz anders machen oder boah, das ist aber schnell oder wie auch immer oder das gefällt mir viel mehr. Also das finde ich schon sehr, sehr spannend und da höre ich, das kann ich gar nicht abstellen, irgendwie was da auch aus der beruflichen Perspektive zu hören. Ja, also ich glaube ganz abstellen kann ich das nicht. Ich werte in dem Moment schon wirklich immer so vor, ob ich es gut finde oder nicht. Macht es den Job jetzt hier neue Werke für die Spielzeiten zu finden, einfacher oder schwieriger, dass man wie bei so Streaming-Apps Zugang zu so wahnsinnig vielen Aufnahmen hat? Also ich stelle mir das vor, jetzt, überspitzt gesagt, unzulässig überspitzt gesagt, wenn ihr jetzt entscheidet, auch aus der neuen Welt von Deutschland und dann gehst du an deinen CD-Schrank und dann sagst, ja cool, ich habe diese beiden Aufnahmen, wollen wir das eher so, wollen wir das eher so machen? Ich glaube, die Aufnahmen... Du siehst ja da schon raus, also hey, ich höre mir jetzt mal hier 97 Aufnahmen an und dann muss andere so gemacht haben und findet darüber meinen Weg. Das hat aber keinen Einfluss darauf, ob wir uns dazu entscheiden, in Werken zu spielen oder nicht. Das ist völlig losgelöst von Aufnahmen. Ja. Oder? Ja, also das ist dann nur informativ, ob man sich das Werk an sich vorstellen könnte, gerade bei unbekannteren Sachen muss man es natürlich einmal durchführen und dann ist es super, wenn man da auf einen Pool zurückgreifen kann, in dem möglichst viele Werke aufgenommen sind, aber die unterschiedlichen Interpretationen geben dann nicht den Ausstieg. einen Einfluss darauf nehmen. Ja. Auf die Spielplanungestaltung in keinster Weise. Aber hinterher bei der Erarbeitung, wie gesagt, da spielt es durchaus eine Rolle, sich da mal ein bisschen durchzuhören. Und natürlich ist es auch immer spannender, das was ich sehr auch bei Aydajo schätze, dass ganz viele alte Aufnahmen veröffentlicht werden, die ganz nah teilweise noch an der Entstehung der Werke sind. Also so die Ersteinspielung dann von irgendeinem Werk oder die Einspielung von einem Dirigenten, der bei der Uraufführung beteiligt war und so, die dann zwar 20 oder 30 Jahre später war. Also was finde ich auch spannend im Hinblick auf, ja in Anführungsstrichen, historische Aufführungspraxis. Das finde ich schon sehr interessant. Ich habe so ein, was ich als Problem für mich habe, Problem ist so großes Wort, aber was ich so entdeckt habe bei mir ist, dass obwohl es so eine Vielfalt gibt, ist es bei mir noch krasser, dass ich so für mich feststelle, okay, das ist die richtige Aufnahme. Das hatte ich früher nicht so, da habe ich so, wenn ich dann was auf CD gehört habe und dann mal eine andere CD mir eingehört habe, kann man sicherlich auch so machen. Aber jetzt, wo ich diese Vielzahl gegenüberstehe, denke ich so, okay, nee, ich habe seit 20 Jahren, habe ich jetzt die Aufnahme vom Hessischen Rundfunkorchester aus der neuen Welt von Dworzak gehört und das andere ist alles Mist und nicht Mist, aber zumindest falsch. Das ist schon auch sehr prägt, so macht man das nicht. Geht euch das auch so oder seid ihr da allein zum Beruf hier schon ein bisschen offener und könnt es ein bisschen mehr annehmen, dass es dann 24 verschiedene Aufnahmen auf einmal zur Verfügung gibt? Das ist alles immer interessant, also okay, ich habe das jetzt gehört und das ist so das Ding, so macht man das, ich mache es hier noch ein bisschen anders und der ganze Rest kann mir auch gestohlen bleiben. Also ich kenne das auch, dass ich von manchen Werken so eine ganz, ganz heilige Aufnahme habe, so die für mich die Referenzaufnahme, wo ich immer denke, da kommt nichts ran und durch die Vielfalt, die man jetzt zur Verfügung hat, muss man da manchmal schon erkennen, war es auch ganz gut oder vielleicht wird das doch irgendwie jetzt meine neue Aufnahme. Das ist schon eine ganz, ganz tolle Entwicklung und weil vieles ist natürlich, wie du gerade von dir selber beschrieben hast, war bei mir auch so, ich bin geprägt durch die Aufnahme, die ich auf CD hatte als 16-Jähriger, als ich das Werk rauf und runter Tag und Nacht gehört habe. Klar, und das prägt und das ist dann plötzlich für dich irgendwie entwickelt, das so eine Allgemeingültigkeit und das jetzt aufzubrechen durch die Vielzahl an anderen Aufnahmen, die man zur Verfügung hat, ist eigentlich toll und wiederum nur bereichernd und manchmal kehrt man ja auch wieder zu der Aufnahme zurück und das war schon zu Recht die Lieblingsaufnahme oder die Referenzaufnahme. Was ich ja Leuten gerne mitgeben würde, die jetzt vielleicht auch aufgrund dieses Podcast-Interviews darauf kommen, Apple Music Classic oder irgendeine andere Apps mal auszuprobieren, aber bisher vielleicht klassische Musik als Film-Soundtrack oder so wahrgenommen haben, was ja auch ein total guter Weg ist, das habe ich bei vielen Freundeskreis festgestellt, über so diese Filmkonzerte, die es ja vermehrt gibt, da reinzukommen. Aber wenn ihr jetzt, keine Ahnung, eins, vielleicht maximal zwei, was sind total gute Werke, die jeder mal gehört haben sollte, gerade auch als Einsteiger? Das würde ich jetzt sagen. Ja, das würde ich auch sagen. Wow. Also man kann natürlich, um ein bisschen Zeit zu verschaffen, wenn man jetzt irgendwie zu Google befragt, was so die wichtigsten, die besten Werke für Einsteiger sind, dann hat man so Beethovens Neunte da mit drin. Das kennt ihr ja auch schon so in Kiel fast jedes Jahr, gefühlt zu Silvester oder Neujahr. Aber zu Recht auch eines der wirklich großen Meisterwerke, absolut. Aber deswegen ist es ein langweiliger Vorschlag jetzt. Ja, absolut. Was auf der Google-Platz 1 ist, das ist kein guter Vorschlag von den Experten hier. Vor allen Dingen ist es ja auch was anderes, ob man sich die Musik anhört oder sie dann leidend im Konzert erlebt. Da würde ich auch unterschiedliche Empfehlungen abgeben, weil es gibt schon Musik, gerade auch für Einsteiger, die dann im Live-Erlebnis doch nochmal eine ganz andere packende Wirkung haben. Wenn man auch wirklich keine Abdenkung hat und so weiter, sich ganz auf das Erlebnis einlassen kann. Dann lass uns bei den Leuten bleiben, die vorhin schon angesprochen haben, die Angst, in Anführungszeichen, Angst davor haben, ins Konzert zu gehen und sagen, hey, ja, jetzt habe ich hier eine halbe, dreiviertel Stunde den drei Damen und Herren zugehört. Das scheint ja doch irgendwas dran zu sein in diesem Klassik-Thema. Ich gebe dem mal eine Chance. Man setzt mich zu Hause und hört mir mal so ein paar Werke an, um da so reinzukommen, ein Gefühl zu bekommen. Für die Vielfalt vielleicht auch oder für was, was Klassik ausmacht. Boah, das ist so schwer, weil es irgendwie, man weiß jetzt gar nicht, aus welcher Epoche soll man empfehlen, weil man dann nicht, wenn ich jetzt, was aus der Wiener Klassik, dann lasse ich jetzt die Barockmusik aus, die irgendwie so toll ist oder mache ich jetzt was aus der wirklich absolut überwältigenden Spätromantik. Ich finde das unfassbar schwer. Das ist auch, vielleicht müssen wir für verschiedene Typen das in so einen Kategorien einordnen. Diese Frage hättest du uns mal vorab geben müssen. Das wäre langweilig. Das wäre langweilig gewesen. Dann säße jeder mit so einer Liste, die 20 Punkte lang ist. Nee, nee. Was ist eine gute Musik für uns? So meine Abwandlung von dieser Musik für die einsame Insel Frage. Ihr dürft nur mitnehmen oder sowas. Ja, aber da würde ich wieder ganz andere Sachen, da würde ich Sachen, die eher so für mich sind. Also ich hau jetzt mal zwei raus. Danke. Ich würde mal sagen, nicht Beethoven 9, sondern Beethoven 7. Sinfonie. Beethoven 7 ist, da ist irgendwie auch so alles drin. Da ist ein Trauermarsch drin, da ist aber auch so einfach, wo es richtig, richtig rockt und dann als großer Opern-Fan Buccini La Boheme. Sehr schön. Die beiden Sachen, da einfach mal reinhören, sofort merken, okay, das will ich jetzt auch unbedingt live hören. Okay, jetzt müssen wir ja nachziehen, Karte, also ich persönlich liebe ja auch einfach Brahms und ich finde, er ist ja in Hamburg geboren, hier vielleicht für norddeutsche Zuhörer gibt es dann da auch einen Lokalbezug und seine Musik ist wirklich auch sehr packend, manchmal sagt man ein bisschen schroff, aber auch wunderschöne Melodien dabei und ich würde empfehlen die erste Sinfonie, weil da geht es schon richtig gut los mit Pauke und so wilden Streicherklemmen, außer auch nicht die ganzen 40 und ein paar Minuten durchhören, vielleicht reicht auch so, dieser Anfangsbeginn, um ein Gefühl dafür zu bekommen und dann gibt es natürlich auch, also wo du gerade die Filmmusik angekommen hast, die orientiert sich natürlich auch an der Klassik, also Filmmusikkomponisten komponieren, wenn man so will, im klassischen Stil von Beethoven, Brahms, Bruckner und so weiter, was ja heute in der neu komponierten klassischen Musik gar nicht mehr so gemacht wird, also in der Zeit in der Zwischen und da denke ich immer oft, gerade Star Wars oder so, das hat auch viel von Bruckner und vielleicht kann man sich deswegen mal anhören, Bruckners Vierte Sinfonie, ja, die romantische wird die auch genannt, dieser Hörnerklang, diese Blechbläser und dieses ja, irgendwie bombastische, grandiose, das kommt da alles vor und da sind, also ich wollte immer mal so ein Konzert machen, was hat Bruckner mit Star Wars zu tun oder umgekehrt, also vielleicht kommt es noch, kannst aber die Hörer fragen, ob es Interesse hätten, ja, das wäre vielleicht auch ganz schön und ich liebe Schubert Quintett, das ist auch einfach wunderschön und ja, gerade der zweite Satz so richtig entrückt, also das kann man sich, das ist natürlich Kammermusik, aber das ist auch wunderschön, sich das mal anzuhören. Ich habe jetzt gerade mal kurz nebenher die App getestet und jetzt in den Hörer reinversetzt, der jetzt sich nicht die Nummer der Sinfonie gemerkt hat von Bruckner, sondern die romantische und tatsächlich, wenn man Bruckner romantischer eingibt, kommt man tatsächlich auch das entsprechende Werk, Sinfonie Nummer 4 in S-Duo 273 Einspielungen werden angezeigt. Da muss es ein Filter geben in der App finde ich. Genau. Du kannst ja auch mal gucken, ob es die tolle CD Deep Heights da gibt. Wir haben nämlich ja auch eine mit dem Orchester aufgenommen, wo wir mit Bassposaunen als Solistin, mit unserer Bassposaunistin Lisa Hochwimmer Musik für Orchester und Posaunen aufgenommen haben. Da sind auch bearbeitete Oper und Interessen. Echt? Gibt es? Okay, das ist natürlich absolute Höhere Empfehlungen. Das gilt von jazzig, bisschen zu klassisch, romantisch und die Posaune bringt auch ein paar schwermütige oder auch witzige Arien zu Gehör. Also das ist echt ganz schön. Kann man gut machen. Kannst du euch noch irgendwas durchdringen, Katharina? Ja, also ganz, ganz kurz. Ich bin auch so langweilig, würde ich auch Brahms mitnehmen, tatsächlich, aber die vierte und ich hatte auch Boyen mitgenommen, aber da ich mich nicht wiederholen möchte, würde ich Hochzeits-Figero was sage ich denn? Die Figero von Mozart, weil da hat man wirklich so ein bisschen alles, also so einfach ganz, ganz, ganz tolle Musik und das ist witzig, das ist dramatisch, das ist halt tolle Solo-Ade und halt einfach auch Stücke, wo alle miteinander singen und übereinander singen und das ist einfach so fühlen. Macht Spaß. Ja. Sehr gut. Wenn ihr nicht noch irgendetwas habt, was Menschen unbedingt wissen müssten, was euch besonders gut gefällt oder nervt an der Benutzung von allgemeinen Streaming-Apps, hätte ich noch eine Abflussfrage. Ja, bitte. Okay. Und zwar, du hast ja auch schon ein bisschen Werbung gemacht für euch, das hätte ich sonst ja noch eine Frage, das gibt die Menschen, die uns aus dem Norden zuhören. Das ist auch richtig, die uns aus dem Norden zuhören oder die auch vielleicht ihren Urlaub hier verbringen wollen. Was sind so die nächsten Highlights, die ihr hier auf die verschiedenen Bühnen bringt? Wer möchte? Soll ich zuerst? Also du hast ja gerade schon selber gesagt, Maler 5. kommt jetzt als nächstes in zwei Wochen. Am 3.4. Also in zwei Wochen haben wir Premiere Puccini's Malon Descot. Also auch große, romantische, italienische Oper. Ganz viel Herz, Schmerz und unfassbar tolle Melodien. Es wird eine super Inszenierung, super Sänger. Und eine Woche später gibt es mal das Fünfte. Ja. Dann haben wir noch ein Highlight im philharmonischen Programm. Und zwar spielen wir eine Konzettante, komische Operette von Leonard Bernstein, Kandit. Ein ganz wunderbar skurriles Werk mit vielen Solisten, Chor und Orchester. Und wir spielen eine konzettante Version mit Erzähltexten von L'Oriot dazwischen. Das ist am 18. in der Wunderino Arena. Zweimal 11. 18 Uhr. Und ja, so ganz lang ist die Spielzeit ja schon gar nicht mehr. Ja. Aber die neuen Sachen dürfen wir noch nicht veröffentlichen, dürfen wir jetzt hier noch nicht sagen. Die Pressekonferenz ist erst in zwei Wochen. Genau, am 24. April, aber wir können ja schon mal sagen, es lohnt sich, mal in die Saisonbroschüren reinzuschauen, entweder in gedruckter oder in digitaler Form haben wir das überhaupt bei theaterkiel.de mal reinzuschauen, Glamontes Orchester und Oper. Da findet man immer was Schönes. Sehr schön. Dann Katharina, Waltraud, Benjamin. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Danke. Vielen Dank nochmal an Waltraud, Benjamin und Katharina. Sven, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Mach's selbst. Ich finde auch keinen guten Einstieg. Ich dachte, ich erzähle, dass ich die neue VR-Brille von Apple da hätte, aber es ist sie gar nicht. Ich halte es einmal kurz in die Kamera. Es ist von Terabody die ja bekannt sind, glaube ich, vornehmlich für ihre Massagepistolen und Massagegeräte und ich habe gesehen, inzwischen kannst du für jeden Körperteil, glaube ich, gibt es ein eigenes Massagetool. Und dieses Massagegerät ist, man könnte es schon erahnen, fürs Gesicht. Geil. Ja, es ist spannend, dass auch da ja Muskeln sind und man sich auch da entspannen kann. habe ich gelernt, auch durch so Aktionen wie progressive Muskelentspannung und Meditation, weil wenn man da mal wirklich drauf achtet, dann geht das auch, also weil die dann sagen, entspann mal deine Augen und du denkst, hä, wie soll das denn gehen? Aber mit ein bisschen Übung kriegt man das hin. Und da dachte ich, ja, vielleicht ist das die sogenannten Smart-Goggles, vielleicht sind die ja auch ganz gut. gerne kurz erklären, was die machen. Also es ist ein relativ schweres Gerät. Ich glaube, so über 400 Gramm wiegt es. Merkst aber nicht unbedingt, wenn du es auf hast, weil meistens zum Entspannen, ich lege mich dann meistens hin, zieht er halt dieses Ding auf, auf der einen Seite gut gepolstert, auf der anderen Seite so eine Netzstruktur. Irrelevant. Und dann hat das so drei Dinge, dass es tut. Also diese Brille. Zum einen macht es warm. Wärme ist immer ganz angenehm, ist ganz gut. Ist ein bisschen ungewöhnlich, so Wärme auf den Augen hat man selten so. Dann vibriert es so ein bisschen und soll auch so massieren, sage ich jetzt mal. Dieses mit dem Massieren, dieses Drücken, so funktioniert zumindest auf den Schläfen ganz gut. Das finde ich auch angenehm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr Kopfschmerzen habt, dass man den Kopf mal zusammendrückt und dann wird es irgendwie angenehmer. Und das Ding, obwohl es ja nur über so einen Kopfgurt gehalten wird, baut ordentlich Druck auf. Also der drückt ordentlich auf die Schläfen, ohne dass es unangenehm wird. Das ja, die Vibration habe ich nicht verstanden. Das vibriert so ein bisschen, das ist so ein bisschen, als hätte ich eine Schlafmaske auf und würde irgendwie über so einen Feldweg fahren oder so. Also es fühlt sich ganz komisch an und irritiert mich auch eher. Deswegen, das fand ich jetzt nicht so überzeugend. Das hat drei Modi. Den genauen Unterschied konnte ich jetzt nicht rausfinden. Also der eine ist relaxed, der andere ist Fokus und Schlaf. die sollen dann ein bisschen anders vibrieren oder ein bisschen anders massieren. Den großen Unterschied konnte ich da jetzt nicht feststellen. Man kann das Ganze auch mit der App koppeln. Das Ding kann Bluetooth. Die App liefert aber ich sag mal wenig Mehrwert. Du kannst zwar darüber auch die einzelnen Modi auswählen und auch noch verfeinern. Also du kannst sagen, ja hier mach mal relax, aber mach mal mit extra Wärme und mach mal statt der standardmäßigen 15 Minuten mach mal eine halbe Stunde. Ich glaube maximal halbe Stunde geht, sonst wird einem wahrscheinlich auch irgendwie das Gesicht wegbrennen. Das kann man dann in der App noch einstellen und die App, wenn man die Übung beendet hat, zeigt einem dann auch die Herzfrequenz an. Denn das Ding hat so ein kleines Herzfrequenz Messgelöte, was quasi auf der Wange aufliegt und darüber die Herzfrequenz messen will und natürlich zeigt es immer an, dass die abgenommen hat während der Übung. Ich habe das gleichzeitig mal mit der Uhr die Uhr laufen lassen und eine Übung gemacht, also ein Workout gestartet, um zu sehen, wie der Herzfrequenz Verlauf ist. Der war irgendwie anders und war nicht so eine gravierende Änderung. Deswegen weiß ich nicht so, wie genau dieses Herzfrequenz Ding ist. Es scheint auch irgendwie nicht so relevant zu sein, weil die Daten nirgendwo protokolliert werden. Also die App zeigt dir das am Ende und dann sind wir weg. Also es ist nicht so, dass du einen Log hast, dass du reingucken kannst, aha, wann habe ich wie und so und eine Anbindung an die Health-App habe ich auch nicht gefunden. Also wäre natürlich geil, ist ja eine Art Meditation oder eine Achtsamkeitübung, dann kann das doch mit in die Health-App. Nee, geht nicht. Es gibt keine Anbindung dafür. Das war, naja. Und das Ding muss ja irgendwie auch mechanisch arbeiten, so, ne, Druck baust du ja nicht aus dem Nichts auf. Und das ist das größte Manko, glaube ich, ist es relativ laut. Ich kann es dir mal anmachen, ich weiß nicht, ob man es dann hört. Also da hört man, also wie so eine Blutdruckmanschette hört man, die pumpt sich mal auf und ich weiß nicht, ob ihr die Vibrationen auch hört. Jetzt für die ASMR-Freunde. Aber das hört ihr, ne? Naja, es ist relativ laut, zumal man das Ding ja auf dem Gesicht hat, was relativ nah an den Ohren ist. Deswegen kannst du eigentlich keine Übung machen, ohne dass du irgendwie gute Noise-Canceling-Kopfhörer auf hast. Ähm, ja. Genau. Ich war ein bisschen unterwältigt, muss ich sagen. Ich habe mir da irgendwie mehr davon versprochen. Zumal das Ding mit 200 Euro gewohnt hochpreisig ist. Also, wer Terrabody kennt, die ganzen Sachen sind da alle nicht so richtig günstig. Ist das Akkubetrieben? Ja, ach so klar, da ist natürlich ein Akku drin. Laufzeit weiß ich jetzt leider nicht. kannst du einfach mit USB-C aufladen. Immerhin das. Aber wie gesagt, 150 Minuten soll die können, aber ich meine, maximal 30 Minuten machst du eine Übung und dann kannst du wieder an Strom hängen. Ja, ich dachte nur halt, wenn das nicht Akkubetrieben wäre, sondern mit Kabel, das wäre ja absoluter Quatsch. Das wäre nochmal doppelt nervig, ja, das stimmt. Hm. Ja, das wird jetzt nicht meine Lieblings Schlafmaske. genau, ich werde sie dann auch nicht vermissen, wenn sie nächste Woche wieder zurückgeht. Hm, naja, das muss doch nicht immer alles eine Empfehlung sein. Naja, aber ich fand es schon irgendwie lustig, das mal auszuprobieren. Was ich nicht ausprobiert habe, wo ihr beide jetzt aber tiefer einsteigen könnt, weil ich auch aus der letzten Sendung weiß, dass Sven da auch schon drum gespielt hat, ist es Terranil. Ich klicke mich mal aus und höre zu, was ihr da so draus macht. Terrabuddy zu Terranil. Hand in Hand. Ja, ich hatte gesehen, dass Sven da schon ein bisschen drüber geredet hat, aber ich sage Bescheid, wenn sich was doppelt. Ja, das ist so ein Spiel, von Netflix, kann man quasi mit einem Netflix Ah, du hast es auch auf dem iPad gespielt? Ja, ich dachte, du kommst jetzt mit der PC-Version um die Ecke, weil es das ja auch bei Steam gibt, aber gut. Nö, also ich habe es auf dem iPad und auf dem iPhone gespielt, also auf dem iPhone funktioniert das tatsächlich auch. Okay. Ja, so ein Terraforming- Simulationsspiel, wo du quasi verschiedene Faktoren verändern kannst, um eine Ödnis in ein belebtes, bepflanztes Areal zu verwandeln. Es gibt vier Level. Ich glaube, das erste ist einfach Wiese, das zweite ist eine tropische Insel, das dritte ist Vulkanlandschaft im hohen Norden, also so mit Hundra und so und das vierte ist eine Stadt und die haben alle so ihre unterschiedlichen Herausforderungen und ich finde das, ich hatte da sehr viel Spaß mit, also ich bin da sehr blauäugig einfach mal so reingegangen, auch ohne vorher großartig Simulationen in dieser Form gespielt zu haben und fand das dann direkt ganz nett, dass man da verschiedene Schwierigkeitsgrade auswählen konnte, nämlich ich glaube Gärtner in, Ökolog in und ich glaube irgendwie so Ingenieur Umweltingenieure ja genau und das fand ich ganz nett, weil dann habe ich auf dem Niederschen Schwierigkeitsgrad gespielt, da sind dann die Ressourcen spielen ja nicht so eine Rolle, sondern man hat dann so ein bisschen Zeit überhaupt zu verstehen, wie das Spiel eigentlich funktioniert ohne darauf achten zu müssen, so sparsam wie möglich zu bauen, aber ich habe jetzt, nachdem ich das jetzt einmal alle Level einmal gespielt habe, habe ich die Schwierigkeit ein bisschen hochgestellt, um mir so ein bisschen Herausforderungen nochmal zu geben und man merkt das schon, also wenn man es einmal durchgespielt hat, kriegt man auch neue Level dazu, also so neue, also alternative Level sage ich mal, die dann auch nochmal ein bisschen schwieriger sind, also ich hatte jetzt das Tropische mal ausprobiert, da war dann einfach nur so ganz viele kleine Inseln, die man dann durch Ausbaggern miteinander verbinden konnte, aber das hat natürlich sehr viele Ressourcen gefressen und dann muss man das so balancieren und das eigentlich macht Spaß und ich habe tatsächlich auch gelernt, dass Tundra zum Beispiel nur wächst, wenn die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch ist, ich denke mal, das ist auch halbwegs nah an der Realität, also man lernt da auch ein bisschen was bei, das fand ich ganz nett, auch so Lebensräume von Tieren quasi, also man kann dann so, wenn man fertig geterraformt hat, sage ich mal, kann man dann auch Tiere irgendwie finden, aber dann muss natürlich das Habitat stimmen und das kann auch durchaus eine Herausforderung werden, wenn, ich weiß noch, dass ich bei dem Vulkan-Level bei dem Polarfuchs zum Beispiel sehr, sehr zu kämpfen hatte, weil der muss auf hohem Gebiet sein, der braucht Tundra und der braucht Schnee, also und dann muss man das so im Vorfeld auch schon so bauen, dass man diese Sachen auch quasi da hat, sage ich mal und das macht einfach Spaß, das ist irgendwie eine nette Sache, die man einfach mal so nebenbei anmachen kann, weil es gibt auch keinen Zeitdruck oder so, das hat mir auch besonders gefallen, dass man einfach, man kann es auch einfach mal kurz beiseite legen, ist perfekt, um dabei irgendwas zu hören oder zu schauen, ja, ich finde es, es ist ein tolles Spiel. Bist du auf 100 Prozent? Ja, aber auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad, also weiß ich nicht, wie viel das zählt. Habe ich noch nicht geschafft, also ich scheitere auch manchmal an, also meistens an, also klar, die Level schafft man eigentlich immer, ich scheitere meistens dann an den, was du eben erzählt hast, an den Tieren, dass ich dann die einzelnen Bereiche, die Habitate nicht so in Kombination gebaut hat, dass sich da jetzt, was war, habe ich zuletzt gesucht? Weiß ich nicht, irgendein Raubtier, was dann, Ah, Wolf oder so vielleicht? Ja, was dann gewisse Voraussetzungen hatte, das bot meine Karte einfach nicht, das funktioniert einfach nicht. Ja, ja, die Probleme hatte ich dann auch schon, das ist dann halt auch ärgerlich, weil man sich so denkt, ja toll, jetzt muss ich das nochmal von vorne machen. Ja, wobei, ich werde es auch häufiger noch, glaube ich, spielen, weil es, ich habe es letztes Mal schon erzählt, ich finde es wahnsinnig entspannend, so. Ja, gerade wenn man keinen Zeitdruck hat und die Musik plätschert so hübsch vor sich hin und so und die Grafik ist ja auch irgendwie ganz, also es ist so eine lustige Mischung aus, es sieht ein bisschen Comichaft aus, so finde ich. Ja, so ein guter Mix aus Comic und realistisch irgendwie, so die Tiere sind so ein bisschen vereinfacht, aber die, die Pflanzen, also so Wälder oder so finde ich sehr, sehr detailliert und dadurch, ja, ich finde es auch, es ist einfach netz anzusehen und ja, gut, tut der Seele gut. So ein, so ein verödetes Stück Land irgendwie wieder aufzuhübschen, das ist einfach nett. Kannst gerne mal zu meinem Garten hier vorbeikommen, wenn du lange weiter hast. wenn ich all deine Pflanzen da drin auch noch umbringen soll, dann ja, klar mache ich, kein Problem. So viel zu Terranil, ich bin da, ich weiß nicht, ob man noch mehr erzählen kann, aber ich habe es noch nicht angeguckt, ich bin da, es hat wohl noch nicht gereicht, dass du noch nicht angefangen hast, naja, vielleicht kannst du nächstes Mal deinen Eindruck schildern, dann haben wir es einfach durch. Dann kommt Stefan nochmal dazu, macht es doch noch mal Urlaub. Ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das Stefans Genre ist, also was ich sonst so, von dem, was ich sonst so höre, von ihm, ist das vielleicht ein bisschen langweilig. Ja, ja, ich habe jetzt auf jeden Fall Bock, so irgendwie, weiß ich nicht, Anno oder so mal auszuprobieren, weil ich gemerkt habe, dass es eigentlich ganz spaßig ist. Anno ist vielleicht nicht ganz so entspannt, aber mal gucken. Ich fand damals die Siedler, fand ich cool. Gibt es da nicht auch gerade eine neue Version von? Bestimmt, ja, ja, also. Ich weiß nicht, ich habe gerade nur gelesen, dass das der, das andere Siedler, Siedler von Katan, dass da der, der Autor tot ist jetzt, aber Klaus, Klaus Teubert oder so. Ja, genau, ja. Und habe da festgestellt, dass es immer noch überall auf der Welt die Siedler von Katan heißt, nur in Deutschland heißt es schon nur noch Katan. Also, the settlers of Katan und sowas, in Deutschland heißt es Katan, ja. Oh. Also ich kenne das auch nur als Siedler von Katan. Die Siedler, neue Allianzen. Offensichtlich der aktuelle Tickle. Ich habe mal lange Age of Empires gespielt. Ja, das ist das Einzige, was ich in dem Bereich, glaube ich mal, das war bestimmt zwei, ne? Das war auf jeden Fall das Große, ja, oder das damals, das erste richtig Große. Also ein bisschen in die Richtung geht ja aber auch Command & Conquer. Ich meine, das spielt ja im Krieg, aber da musstest du ja auch letztlich terraforming und betreiben. Habe ich aber nie gespielt. Das war bei uns ganz groß. Ich habe bei einer Mutter früher immer beim Cäsar-Spielen zugeschaut. Oh, ja. Da war so eine antike Zivilisation, die man auch so von from scratch aufbauen muss. Das ist so meine einzige Erfahrung tatsächlich mit dem Genre und das sah immer sehr kompliziert und schwierig aus. Deswegen habe ich mich da nie dran getraut. Absolut gute Frage. Welches ist wohl das Einsteiger freundlichste? Ich glaube, man müsste schon irgendwas Aktuelles nehmen. Das wird mal wahnsinnig. Gibt es nicht auch, ist die Siedler das mit diesen so knuffigen Figuren? Ja. Also war es zumindest damals. Das habe ich auch lange nicht mehr gesehen, aber... Ich bin da auch absolut überfragt tatsächlich. Aber die Siedler war immer das freundliche Aufbauspiel. Also das ist meine Erinnerung. Vielleicht ist das auch mit Tod und Verderben und sowas, aber... Ja, am Ende müssen doch immer... Also zumindest... So ein paar müssen doch von der Karte gefegt werden, oder? Bestimmt, aber... Das ist kein Siedlerspiel, glaube ich. Das gehört ja immer dazu, andere auszulöschen, Platz zu schaffen. 93. Der erste Teil von den Siedler. In meinem Kopf suche ich gerade noch ein anderes, aber wahrscheinlich ist es die Siedler. Möglich. Es gibt noch so eins, wo man irgendwie so nicht so landsformen muss oder so, sondern so Monarchien oder so durchlebt und so verschiedene Generationen durchspielt und da sehr verrückte Kombinationen passieren. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Das fällt mir nicht ein, leider. Meinst du aber nicht Anno, oder? Nee, das heißt anders. Also, ich weiß es nicht, leider. Alles klar, Hausaufgabe finden wir raus. Finden wir so vielen Aufbaustrategiespielen. Vielleicht geht es dir, Sven, da auch so ein bisschen wie mir mit Namen und Namensverwirrung mit der nächsten Serie. Denn, da müsst ihr gleich drüber sprechen, ich habe es ja auch nicht gesehen, aber das ging so auf, machst du dann überall an mir vorbei, dass die Gabe jetzt irgendwie die Serie sei, die man gucken sollte. Und ich habe gesagt, ich habe ja vor Jahren schon, was soll der Scheiß, mach dir mal euer Ding. Achso, gab es mal aus der Türkei, ne? Genau, und habe jetzt in der Sendungsvorbereitung, habe ich mal auf den Link geklickt, den du hier, oder einer von euch beiden hier reingeschrieben habt. Und ich habe gesagt, aha, das ist was völlig anderes. Weil es gab schon mal 2019, da gibt es immer noch Netflix drin, auch eine Serie, die heißt Die Gabe, Originaltitel, mein Türkisch reicht aus, um genau gar nichts darauf zu sagen. Aber ich würde sagen, Atiye, sprechen wir es wahrscheinlich aus, A-T-I-Y-E. Und das ist so ein Drama-Mystery-Ding. War auch total super, aber offensichtlich muss ich eine neue Gabe gucken. Oder? Boah, das weiß ich nicht. Also, ich, ich habe es immer mitgebracht. Also, Die Gabe, im Original The Power, basiert auf dem, ich glaube, 2016, 2017 irgendwie erschienenen Buch von Naomi Eldermann, was im Original auch The Power heißt und im Deutschen den übersetzten Titel die Gabe. Also, selbst da ist es schon schwierig, weil ich finde, The Power und die Gabe ist nicht unbedingt dasselbe. Es ist, ja, je nachdem, naja, wir erzählen erstmal, was passiert. Und zwar, hat Eldermann damals mit der Idee gespielt, quasi, was wäre eigentlich, wenn allen Frauen, also Teenager, Mädchen, wenn die eine Fähigkeit hätten, die sie, wie soll man sagen, also in dem Buch und in dem Film wächst den jungen Teenagerinnen ein, ein Organ, ein zusätzliches Organ, das Elektrizität erzeugen kann und die können sie, also, ich glaube, das ist unterschiedlich, soweit bin ich in der Serie noch nicht, also die können da Elektrizitätsstöße mit ausgeben, so über die Hände dann oder so und damit natürlich auch Schaden anrichten, aber auch Gutes tun, je nachdem. Und wie, wie sich das Machtgefüge dann verändern würde, damit spielt das Buch oder hat das Buch so ein bisschen satirisch gespielt, die Serie ist jetzt ja fünf Jahre später, ist nicht mehr ganz so satirisch, glaube ich, oder weil, weil vielleicht von der Wirklichkeit schon ein bisschen eingeholt und also es gibt bislang vier Folgen bei Amazon und ich, also das Buch liegt ja seit dem Erscheinen bei mir rum und da sieht man, das meinte ich mit meinem Leseverhalten, also mein Leseverhalten ist aktuell so, dass ein Streaming-Anbieter schneller eine Serie herstellt, als dass ich das Buch durchlese. Also lohnt sich das für mich kaum noch, obwohl ich habe jetzt große Lust, mit dem Buch auch noch anzufangen. Genau, worauf wollte ich hinaus? Du hast eine Folge gesehen, Sophie? Ja, genau, also ich hatte auch jetzt nicht den Eindruck, dass das satirisch irgendwie war, sondern es wirkte für mich sehr ernst und sehr ja, also schon interessant, weil das Konzept ist natürlich irgendwie ein spannendes, was passiert, wenn junge Mädchen, die quasi mit am angreifbarsten sind in der Gesellschaft durch verschiedene Gründe, ja, so eine Fähigkeit erhalten und dann eben, genau, so Machtverhältnisse sowohl was Alter wahrscheinlich angeht, als auch Geschlecht eben. Ne, also wenn ich das richtig verstehe, ich bin ja, ich habe ja vier Folgen geguckt, es ist schon so eine Geschlechternummer, also Alter ist nicht unbedingt, wenn ich das, ich will nicht spoilern, aber ich meine, es breitet sich auf alle Frauen aus. Okay, ja, aber ja, umso interessanter, genau, wie das eigentlich, was das mit einer Gesellschaft macht, die hinreichend oft auch als Patriarchat bezeichnet wird, finde ich persönlich ganz spannend, mir, ich kam, ich kam nicht so ganz rein in die erste Folge, ich hatte da so, ich weiß nicht, woran es liegt, weil die Besetzung ist ziemlich gut, würde ich sagen, ich hatte irgendwie, irgendwas hat nicht gepasst, ich weiß nicht, woran es lag, also die Musikauswahl fand ich eigentlich auch ganz spannend, stimmt, ja, die war auch gut, aber irgendwas, hat nicht so gepasst, irgendwas wirkte so ein bisschen Amateur, vielleicht, weil die Serie sich selbst sehr ernst nimmt. Also ich habe ein paar Vermutungen, also erst mal, wenn es, glaube ich, neun Folgen werden, es werden neun Folgen, so, dann sind es ja sehr viele Handlungsstränge, weil also dieses Aufkommen dieser neuen Gabel in Anführungszeichen findet auf der ganzen Welt statt, also wir haben sehr viele verschiedene Personen und sehr viele verschiedene Schauplätze und natürlich dementsprechend sehr viele verschiedene Handlungsstränge und wie die nachher alle, also ich habe jetzt das Gefühl, so mit der vierten Folge weiß ich so ungefähr, wo es hingeht und kann die alle so ein bisschen einordnen. genau und ein Problem, was ich sehe, ist, glaube ich, in der Bewerbung beziehungsweise in der Darstellung, also wenn man sich das Cover anguckt, wirkt es wie so eine neue Superhelden-Serie, also wie, was war, was war das zuletzt? Keine Ahnung, The Umbrella Academy oder irgendwas, irgendeine Superhelden-Geschichte, was es, glaube ich, aber auch gar nicht ist, was das Buch auch nicht war, also das ist ein Problem. Genau, also wenn der ganze Anstrich oder die äußere Erscheinung ein bisschen mehr, ich vergleiche es mal mit The Handmaid's Tale, wäre, wäre das, glaube ich, würde die Serie anders aufgenommen werden. Vielleicht. Ich bin sehr, sehr gespannt, ich habe die Folgen alle mit sehr, sehr aufmerksam geguckt. Ja, ich fand es spannend. Spannend ist auch, ich gucke mir ja auch manchmal gerne so Bewertungen an, so bei Metacritic und so und da ist mir bei, bei IMDB, also insgesamt hat die sehr durchschnittliche Wertung, also und durchschnittlich heißt aber Bewertungsportalen immer schon, ist nicht gut, also wenn irgendwas so eine Fünf hat von zehn, ist immer schon, ah, das ist irgendwie nichts, ähm, weil so, ich sag mal, Durchschnittsserien wie jetzt, Schak, du hast, glaube ich, The Night Agent vorgestellt letztes Mal, was ich, vollkommene Durchschnittsserie, so, die kann man so weggucken, da passiert nichts mit dir, die kommt so auf eine sieben, sieben Komma, so, ne, alles was über acht geht, ist schon mal, ist schon mal ein bisschen außergewöhnlich, über neun schaffen nur wenige so wie Last of Us oder so. Ähm, deswegen gucke ich da immer ganz gerne rein und, ähm, The Power hat aktuell bei IMDB eine 5,8, was, ne, unterdurchschnittlich ist, würde ich jetzt mal benennen, wenn man, aber man kann bei IMDB auf die Wertung raufgucken, dann wird es aufgeschlüsselt, ich weiß nicht genau, wie, wie genau die das, woher die die Daten haben, weil man ja auch, ne, man muss, glaube ich, angemeldet sein zum Bewerten, egal, auf jeden Fall wird es aufgeschlüsselt und zwar nicht nur nach den Ratings, was auch schon spannend ist, weil 25 Prozent geben da eine 10, 19 Prozent geben dir eine 1, also völlig auseinander, wenn man sich normale, normale Bewertungen anguckt, ist das immer so ein, so ein Berg, also du hast immer irgendwo einen Peak und, und da gleicht sich das immer so ein bisschen an, so, so, so ein Berg, hier hast du keinen Berg, hier hast du quasi so ein, so ein Tal, das finde ich schon spannend und es wird, wird noch weiter aufgeschlüsselt nach Alter und natürlich nach, nach Geschlecht, was auch Aufschluss gibt über, ich glaube, es gibt viele Männer, die die Serie einfach scheiße finden und den, der einfach einen Punkt geben, weil sie, weil sie da schlecht bei wegkommen oder, weiß ich auch nicht, weil es um Frauen geht, weil es ein wokes Thema ist, also ich habe, das auf jeden Fall, also ich habe nämlich auch, ich habe die Serie aufgerufen und mein Freund war so, ach was, die hat nur 5,8, ja weiß ich jetzt nicht, ob ich das schauen will und ich war so, ja, aber es geht um Frauen und dann war so, ja, das ist fair, wahrscheinlich liegt das nicht an dem, nicht nur an der Qualität, aber kommt für euch nicht jetzt der neue Barbie-Film da ins Kino, der im Sommer ist da nicht irgendwie, reicht das nicht für euch Frauen? Also ich habe Bock, den zu gucken, der ist von Greta Gerwig, also der hat auch, der hat das, der hat glaube ich satirische Anlagen. Ich weiß nichts darüber, ich wollte nur einen Billing-Gag machen. Ich meine, Ryan Gosling ist Ken, ich glaube, das ist, wir sind alle Ken. Ja, aber Ryan Gosling ist der Ken, der Haupt-Ken. Ja, ich glaube, Barbie wird nicht so schlecht, wie viele vermutet haben. Also ich glaube, der wird ziemlich gut, actually, also ich habe Erwartungen an den. Okay. Apropos, das habe ich gar nicht hier in der Liste erwähnt. Habt ihr den Mario-Film schon geschaut? Nein. Habt ihr den geguckt? Du? Sollte ich dich gucken? Ich habe den am Donnerstag direkt geschaut, weil wir kamen aus dem Urlaub wieder und dann hatten wir den Abend frei und waren so, ja, ach, eigentlich, warum nicht? Der kommt doch heute raus. Ich fand den fantastisch. Liegt natürlich auch so ein bisschen dran, dass ich damit aufgewachsen bin, so bitte mit Mario. Aber, ne, von so einer Handlung kann man jetzt nicht so den größten Wurf erwarten, finde ich aber auch nicht, dass es unbedingt sein muss. Klempner sucht Prinzessin? Oder? Äh, ne, tatsächlich, äh, Klempner sucht seinen Bruder. Ha. Und Prinzessin sucht einen Weg, ihr Land zu retten. Also, äh, ist schon ein bisschen moderner, sag ich mal, als das alte Konzept. Klempner rettet Prinzessin. Ähm. Peach wird zu Zelda? Nee, aber der ist gar... Nein. Anderes Franchise. Oh. Aber Zelda ist auch mal die Prozesse, die der Land retten möchte. Ja, ja, fair eigentlich, ja. Ja, tatsächlich, ja. Aber sie wird zumindest nicht in Kristall verwandelt. Okay, gut. Das hilft schon mal, äh, bei dem Film, würde ich sagen. Ähm, ne, der, ich finde den, der ist fantastisch gemacht, der macht einfach Spaß. Also, ich finde das, das ist so, ich finde, äh, Avatar zum Beispiel, ähm, ist ein guter Beweis dafür, dass die Handlung gar nicht so doll sein muss. Aber der Film kann trotzdem Spaß machen. Ähm, weil die, die Action irgendwie super ist, das, das Pacing macht Spaß. Also, man langweilt sich nie. Ähm, die Musik ist großartig. Wenn man auch nur ein oder zwei, äh, Mario-Spiele gespielt hat, denkt man sich so, oh, den Song kenne ich. Und, äh, also, es ist so super liebevoll, äh, eingebaut. Und, ähm, ja, der ist, ich fand, der hat Spaß gemacht so. Den kann man auch gucken, wenn man erwachsen ist. Den kann man gucken, wenn man, wenn man ein Kind ist. Ähm. Aber, also, ich habe auch gehört, dass er gut sein soll. Ähm, ich habe jetzt aber überhaupt gar keine Gebührungspunkte damit. Ich glaube, dann, ich habe, glaube ich, auch mal irgendwie die ersten Minuten von so einem Sonic gesehen und war so, hä? was soll das denn? Und so würde es mir wahrscheinlich mit Mario auch gehen, weil ich, hm. Aber ich habe auch gehört, dass er auch, also, viele Gags und viele, viele Meta-Witze und so hat. Ich wollte eigentlich, letzte Woche, hätte ich zum dritten Mal im Kino sein wollen, nachdem ich ja Terminator 2 geguckt habe, dann mir irgend so einen Exorzisten-Film in der Thrill-Sneak angeguckt habe, wollte ich eigentlich noch den, den Dungeons & Dragons gucken. Dazu ist es aber leider nicht gekommen. Der soll ja auch ganz gut sein. Ja. Ah, okay. Na gut. Ich habe was geguckt. Also doch. Auch. Nicht nur, dass die Josh Buch gelesen. Alex Gibney. Er hat, ich weiß nicht, wie viele großartige Dokumentationsfilme gemacht. Über, ich weiß nicht, Scientology gibt es einen. Es gibt einen über Wikileaks. Es gibt einen über Steve Jobs, The Man and the Machine. Ich meine, er hat auch diese Sinatra-Mini-Dokumentationsserie gemacht. All All, Nothing At All oder irgendwie sowas. Und, naja, noch diverse andere, die mir jetzt gerade sicherlich entfallen sind, die ich auch schon gesehen habe. Und dieser Alex Gibney hat sich jetzt einem weiteren, großen Phänomen der Menschheitsgeschichte gewidmet. Boris Becker. Und auch auf Apple TV Plus gibt es als zweiteilige Dokumentation, jeweils so um die 90 Minuten, Boom Boom, The World vs. Boris Becker. Ich habe das mit großer Leidenschaft geguckt, obwohl mir Tennis immer scheißegal war. Ich bin, also mein Vater hat das früher viel geguckt. Ich bin aber eingeschlafen, wenn ich überhaupt da besitzen geblieben bin. Ich fand es langweilig. Das war nie mein Sport. Ich habe zwar mitbekommen, wer damals so die Größen waren, also die Namen sind immer bekannt. Becker, Graf, Hingis, Agassi, Sampras, heutzutage jetzt gerade über die Hände gegangen. Der Schweizer halt. Roger Federer und so. Die Namen sind mir halt so bewusst. Ich weiß aber nicht, ob ich in meinem ganzen Leben jemals ein vollständiges Tennis-Match gesehen habe. Ich glaube nicht. Umso interessanter fand ich es aber tatsächlich, das hier zu sehen, weil mir trotzdem natürlich bewusst ist, dass Boris Becker irgendwie so eine Größe ist. Man kennt Boris Becker. So, der ist wahrscheinlich in Deutschland ähnlich bekannt wie Jesus oder so. Man hat den Namen schon mal gehört und er war als Tennisspieler. Da würde mich jetzt auch Sophies Meinung nochmal zu interessieren. Zu Boris Becker oder zu Tennis. Was ist, genau, wie ist, also, Schack und ich sind ja quasi damit aufgewachsen. Aber, was, kennst du den noch? Boris Becker, ja. Also, Woher? Tennis. Also, ich weiß nicht, ob der noch gespielt hat, als ich quasi conscious wurde. Weiß ich tatsächlich nicht. Wisst ihr, wann der aufgehört hat? Nein. Ich glaube, späte 90er. Ja, dann war ich vier oder was ich nicht, also nicht besonders alt. Aber den Namen kenne ich trotzdem. Also, natürlich würde ich, würde ich mal in Anführungszeichen setzen, weil er eben so eine Größe in Deutschland war. ich glaube, eher dann über Talkshow, Gast, Gast bei Wetten, dass oder Werbung. Die eine oder andere Affäre vielleicht. Genau, einfach irgendwelche Gerüchte, Gedönse. Aber, ja, als Tennisspieler habe ich den, glaube ich, so nie, nie kennengelernt. Aber das ging mir halt eh nicht. Aber Tennis hat mir auch noch nie, sorry, nur Tennis hat mich auch noch nie großartig interessiert. Also, ich finde den Sport an sich irgendwie cool, aber geguckt habe ich es noch nie. Also, dann habe ich da vielleicht einfach so ein bisschen den Hype noch ein bisschen mitbekommen damals, also bewusster und live mitbekommen. Aber im Prinzip geht es ja dann nicht anders als mir. Ich habe das wahrgenommen, dass es irgendwie ein Star ist und eine der Größen dieser Sports, aber ansonsten ist es weitestgehend egal. Jetzt habe ich mir diese Dokumentation trotzdem angeguckt. Vor allem, ehrlicherweise auch, weil es eine Alex gibt, eine Dokumentation ist und der bisher, alles, was er gemacht hat, fand ich gut, was ich bisher davon zumindest gesehen habe. Und so ist es hier auch. Das ist quasi zweigeteilt in so den Aufstieg und den Fall. Den sportlichen Aufstieg mit 17 Jahren Wimbledon gewonnen, die Stars 1985 und alles, was danach kam. Und im zweiten Teil geht es dann eher so darum, um seine finanziellen Verstreckungen und wo er sich hier und da mal hat verarschen lassen und außereheliche Affäre und hasse mit dem, mit Kind ja sogar. Und was da so. Von daher, den zweiten Teil fand ich an und für sich vom roten Faden her langweiliger, weil mich das ganze Gossip kam nicht interessiert. Mir ist das irgendwie, mir war das auch egal, dass du da jetzt im Gefängnis saß für, ich weiß nicht, wie viele Monate das am Ende waren. Das ist mir egal. Was Leute in ihrem Privatleben machen, ist mir weitestgehend egal. Aber ich habe den zweiten Teil trotzdem ganz durchgeguckt, weil das natürlich auch immer verflochten war, mit Rückblenden dann zu sportlichen Events. Boris Becker selbst ist da sehr lange im Interview, zu zwei Zeitpunkten auch. Ich glaube, 2019 ist der erste Teil und der andere Teil ist kurz bevor er dann letztes Jahr ins Gefängnis gegangen ist. Ein paar Tage davor tatsächlich. Und diverse, wie sagt man, Begleiter über die ganze Zeit. Also auch Namen, die man kennt, glaube ich, wenn man sich mal sich in Tennis befasst hat, irgendwie von John McEnroe, Björn Borg, Michael Stich. Naja, so ein Name aus dem Tennisbereich halt. Trainer von damals. Novak Djokovic ist dabei, den Becker ja in der Zeit lang trainiert hat, drei oder vier Jahre lang. Und ich fand es großartig interessant tatsächlich. Also, mehr Tennis brauche ich aber auch nicht, als so die Sequenzen ja drin sind. Ich brauche so diese Matchzusammenfassung, das reicht mir im Prinzip. Aber ich bin von dem, dieser Sport, dieser Sport hier Teil, da habe ich echt mitgerissen und der andere Teil war so, dem ist halt auch irgendwie viel Scheiß passiert und ein paar Sachen schiebt er darauf, dass er sehr jung, sehr populär geworden ist. Und ein paar andere Sachen denkst du, ja Mann, aber das ist halt auch 30 Jahre her, dass du, naja, 35 Jahre her, dass du sehr jung, sehr erfolgreich geworden bist. Man hätte ja in der Zwischenzeit dazulernen können. Hat tatsächlich hier und da auch. Was mir dann noch aufgefallen ist und deswegen ich das auch in Empfehlung finde, Boris Becker ist ein guter Geschichtenerzähler. Ich höre ihm total gerne zu, wie er Dinge erzählt. Klar, das wird dann auch alles ein bisschen eingefärbt sein und nicht zwingend objektiv sein, wie er Geschichten erzählt. Aber erst mal, dass er ein guter Geschichtenerzähler auf der anderen Seite ist mir natürlich auch egal. Also mir ist es egal, dass es nicht 100% der Wahrheit entspricht, was er erzählt. Nicht entsprechen kann, das ist kein Vorwurf, aber so, wenn man das eigene Leben Revue passieren lässt. Ich weiß nicht, wenn ihr euch an Dinge zurückändert, die vor, ich weiß nicht, 20 Jahren stattgefunden haben oder so. Ich weiß nicht, wie wahrheitsgetreu das alles so wäre. Das ist ein großes Loch. Ja, Von daher kein Vorwurf, was man gute Geschichten erzählt hat, das hat mir ganz gut gefallen. Und ich habe daraufhin tatsächlich mir auf YouTube ein paar Sachen angeguckt von ihm, weil der auch jahrelang für, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es die BBC ist, aber britischer Sender jedenfalls, Tennisbetragung kommentiert hat. Und das macht Spaß. Also ich könnte mir vorstellen, wenn der jetzt irgendwann rehabilitiert ist und nochmal Tenniskommentator wird, dass ich anfange, mir Tennisbetragung anzugucken, weil ich seine Geschichten hören will. Okay, spannend. Ich habe, nachdem ich das da in diesem Plan gesehen habe, habe ich da auch reingeguckt. Ich habe gerade geguckt, ich habe eine halbe Stunde durchgehalten. Liegt aber auch daran, dass ich, ich mag ja so, naja, so Dokumentationen über Menschen finde ich immer schwierig. und seine Geschichte ist ja nun auch irgendwie traurig, weil er, klar, hatte eine gute Zeit und weil er mit 17 Wimbledon gewonnen hatte und dann machen Menschen ja komische Dinge, sie hypen ihn, bis er kaputt geht und so war es bei ihm ja auch. Und das finde ich halt immer eher traurig. Was mir aber aufgefallen ist, dass man, dass ich Boris Beck besser zuhören kann, wenn er Englisch spricht, als wenn er Deutsch spricht. Das ist irgendwie interessant, weil wenn er auf Deutsch irgendwas, er hat ja auch eine sehr, eine bestimmte Stimmfarbe, die ist ja schon sehr markant und wir sind ja mit Werbung aufgewachsen und dann kannst du das einfach nicht mehr hören. Der typische bin ich schon drin, Satz. Ja, das stimmt. Das ist einfach auch auf Deutsch, also auch wenn er frei spricht, immer so ein bisschen fahrig, finde ich und immer ein bisschen, er klingt immer ein bisschen dumm. Und auf Englisch klingt das so sehr, sehr bestimmt und klar. Er hat einen klaren, erkennbaren deutschen Akzent, aber er ist, genau, er hat alles Hand und Fuß dann. Ja. Naja. Und das, obwohl er ja, Entschuldigung, aber das, obwohl er ja auch, das ganze Interview ist auf Englisch geführt und er da ja auch Teil so so emotionale Phasen drin hat, wo er, glaube ich, nicht kontrolliert auswendig ganze Sätze vorsprechen kann. Das ist, glaube ich, nicht der Typ, der das auswendig gelernt hat und etwas aufgesagt hat. Aber gerade dann, wenn es emotional wird, gerade bis im positiven, negativen, dann kippt man ja meistens so aus dem, oder wird dann automatisch in der fremden Sprache geblieben, wenn es so fahrig, ja dann fehlen irgendwie Wörter oder man sagt Dinge, das ist da alles nicht so. Man kann auf Englisch wirklich gut zuhören. Und wo du eben erzähltest, dass er kommentiert ja quasi, also das habe ich noch mitgekriegt, dieses Finale, glaube ich, ne? Da hat mir ein bisschen die Gegenseite gefehlt. Also, da wäre es cool gewesen, wenn sie seinen Gegenspieler, den ich jetzt natürlich nicht weiß, wenn sie den auch noch vor die Kamera holt, hätte ich, das hätte mir ganz gut gefallen. So wirkte das ein bisschen komisch, weil, naja. Vielleicht wollte der auch nicht. Also es gibt ja andere, die nicht durch die Bank weg Boris Becker Freunde waren, die sehr wohl mit dabei sind. So John McEnroe zum Beispiel. Ja. Sich, wie ich jetzt gelernt habe, legendäre Files geliefert haben. Und auch mit allen bisschen Psychotricks und so. Das ist schon irgendwie, es gibt also eine Sequenz aus einem, das fand ich hinreichend, also ich fand es wirklich amüsant, was völlig absurd ist, aber ich habe auch immer großen Respekt davor, vor Sportlern, die sich irgendwelche Psychotricks einfallen lassen, um Gegner zu verunsichern oder aus dem Konzept zu bringen oder so. Egal, ob es beim Boxen, beim Handball oder beim Tennis ist. Und es gibt so diese eine Sequenz, wo John McEnroe darüber herzieht, dass Boris Becker in wichtigen Matches, so auch in einem Match mit McEnroe, immer so vor sich hin gehüstelt hat die ganze Zeit. Und John McEnroe das irgendwann so albern fand, dass McEnroe immer dann mit Boris Becker vor sich hin gehüstelt hat, völlig überzogen losgehustet hat. Und es gibt so eine Sequenz aus diesem Match, wo eigentlich hörst du nur das Husten von so zwei Millionären, die da einfach auf dem Rasen stehen, Tennisspiel machen vor mehreren zigtausend Menschen und Millionen von den Fernsehern. Und das ist schon ein großes Theater. Das gefällt mir. Und sehr schön finde ich auch, also die Doku heißt ja Boom Boom The World vs. Versus, vor allem The World vs. naja, egal. Also Boom Boom und er erzählt glaube ich in den ersten zehn Minuten, dass er das total doof findet. Ja. Dass er immer Boom Boom genannt wird. Fällt aber gut, dass sie dann die Doku so nennen. Das wird ja noch nicht ohne sein Zutun passiert sein. Aber ja, es war ja auch früher, wahrscheinlich muss es die Bildseite gewesen sein, wo irgendwie Boom Boom Burriss und so und ja. Das war so ein Ding. Das war so ein Ding, aber ja, aber auch das, also ich wusste, dass das irgendwie sein Beiname hier war, aber das habe ich so hingenommen, ich habe es nicht hinterfragt. Ich meine, 85, als er Wimperin geworden hat, dass er das ja nämlich geboren wurde. Ich habe das also auch nur peripher alles mitbekommen, so damals. Aber der hat einfach unfassbar hart gespielt auch. Also Boom Boom, nicht nur weil er einen krassen Aufschlag und so, aber auch sonst ja auch einfach ein harter Typ auf dem Platz tatsächlich. Ich habe viel gelernt. Ich habe ja, weil es ja mal wieder eine Doku bei Apple TV Plus ist, habe ich mir mal kurz die Statistik zur Hilfe genommen und geguckt, weil mir es vorkam, als wäre das überproportional. Und ich habe fast recht. Also filmtechnisch, Apple TV, da gibt es aktuell 45 Filme, wenn ich das jetzt alles richtig erfasst habe, wo von 16 alleine Dokumentationen sind. Zwölf sind Drama und der Rest ist so irgendwie, verteilt sich auf Sci-Fi, Komödie, Thriller und Weihnachten. Ja. Action gibt es nur einen. Und bei Serien sieht es ähnlich aus, weil da gibt es auch viel Doku. Insgesamt gibt es 103 Serien schon, hätte ich auch nicht gedacht. Aber, ja. Davon sind 21 Dokumentationen sind dabei. Das ist nicht wenig. 25 Kinder und Familie, ja, da haben sie auch viel. Und 23 Drama. Ist also so ein Drama- und Dokusender geworden, offensichtlich. Das fand ich ganz spannend. Könnt ihr erklären, warum ich da zu Hause bin. Dokumentation finde ich mal gut. Das ist so, da bin ich schon sehr zu Hause. Ja. Okay. Okay. Hast du denn alle, nee, hast du nicht alle gesehen? Die haben auch sehr viele so, ich habe jetzt gesehen, so amerikanische Super League, irgendwas über Football und über Basketball haben die, glaube ich, auch noch irgendwie Dinge an. Nee, ich weiß nicht, hat Apple diese LeBron James geschrieben? Da habe ich tatsächlich das gesehen, aber sonst, ich nenne nicht alles. Früher, als Apple TV Plus gestartet ist, habe ich ja wirklich alles gewogen. Da gab es doch nur fünf Sachen. Und das war eine ganze Zeit lang so, dass man einfach alles mal gucken konnte. Aber inzwischen ist es ja doch in einem Tempo gewachsen, dass ich das, nein, nicht mal alles geguckt habe. Sehr gut. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Auf Wiederhören. Ciao, ciao. .